Herzlich willkommen zu diesem Medienimpuls zwischen Government und Governance Medienregulierung 2020 lautet unser Thema heute. Wir wollen also sprechen über Medienregulierung im digitalen Zeitalter. Und Inhalte zu regulieren, das wird zunehmend komplizierter und herausfordernder. Je mehr Ausspielwege, je mehr Endgeräte wir haben, es ist nicht einfach, das alles in den Griff zu bekommen. Brauchen wir also mehr Staat oder brauchen wir eine Stärkung der Selbstkontrollen? Darüber wollen wir auch heute diskutieren und hoffentlich am Ende zu einem Resümee kommen. Wir diskutieren mit hochkarätigen Gästen aus Wissenschaft, aus der Praxis und aus der Regulierung. Und mit der Regulierung geht es jetzt auch los, nämlich den Gastgebern dieser Veranstaltung, mit Claudia Miekert, der Geschäftsführerin der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, und mit Martin Drexler, dem Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia. Und beide werden uns zunächst einen kurzen Abriss geben über die Problemlage. Vielen Dank, Vera Linz. Auch von meiner Seite im Namen der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen ein herzliches Willkommen zu dieser Ausgabe von Medien Impuls. Eine Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam mit der FSM seit vielen Jahren organisieren. Und dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir, anstatt zwei Eingangsstatements zu formulieren, uns gegenseitig Fragen stellen wollen, das Ganze so ein bisschen dialogisch aufziehen wollen, um zu überlegen, welche Punkte aus unserer Sicht in Bezug auf das Thema Medienregulierung und Regulierungsformen derzeit im Fokus stehen. Medienregulierung 2020 heißt es zwar, aber ich bin mir sicher, dass wir auch einen Ausblick wagen werden auf die Regulierung 2021. Ganz genau, das haben wir uns vorgenommen. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, heute Nachmittag zum Thema Regulierung. Da leben wir in eigentlich ganz interessanten Zeiten. Denn was wir unter der Überschrift Regulierung im Moment erleben, das ist zwar sehr schnelllebig, aber auch sehr anschaulich. Denn alles wird überschattet durch die Corona-Pandemie. Und das ist eigentlich ganz interessant unter dem Regulierungsaspekt. Denn hier kann man Regulierung quasi live zugucken. Und es vergeht eigentlich kein Tag, wo es nicht neue Regeln gibt, wo darüber intensiv diskutiert wird, wo wir sehr viel darüber lesen können, welche Regeln jetzt denn nun angemessen und welche richtig sind in dieser besonders herausfordernden Zeit. Und wir haben die interessante Situation, um mal einen kleinen Bogen zu schlagen, bei der Pandemiebekämpfung gibt es einen sehr allgemeinen Rechtsrahmen, der aber für den konkreten Fall ausgefüllt werden muss mit konkreten Einzelvorgaben. Und dafür ist die Regierung, ist die Verwaltung zuständig. Und da sehen wir eine gewisse Herausforderung dabei, denn die Parlamente sind meistenteils da nicht beteiligt. Das hat gewisse Defizite zur Folge. Man hat den Eindruck, es ist weniger Diskussion, es ist weniger Kommunikation. Und zum Teil mangelt es möglicherweise auch an Transparenz der Entscheidungsfindung oder der Art und Weise, wie diese Regeln zustande kommen. Und wenn wir diese Situation mal in einem ganz mutigen Bogen sozusagen versuchen, auf die Medienregulierung zu übertragen, auch hier haben wir häufig die Situation, dass Gesetze nur einen allgemeinen Rahmen vorgeben, die Ausgestaltung dann aber in der Praxis einzelnen Akteuren zukommt. Zum Beispiel uns Selbstkontrollen. Und hier wäre mal von mir so eine Art programmatische Vorfrage, ist das eine gute Idee und ist das auch eine zukunftsweisende Idee, in vielen Regulierungsbereichen für den Staat sich zurückzuziehen und allgemeine Regeln und einen Rahmen vorzugeben, die Ausfüllung dieses Rahmens dann aber denen zu überlassen, die damit in der Praxis zu tun haben. Eigentlich kann man sagen, das passiert ja schon in weiten Stücken. Und wenn du sagst, den Bogen ziehen zur Medienregulierung, dann können wir es vielleicht noch etwas konkretisieren und sagen, zum Beispiel beim Jugendmedienschutz ist es ja schon so, dass die gesetzlichen Vorgaben den Rahmen bilden und die Konkretisierung den Selbstkontrollen überlassen bleibt. Zum Beispiel die Übersetzung des Begriffs Entwicklungsbeeinträchtigung. Der Gesetzgeber, in dem Fall der JMSTV, gibt vor, dass Inhalte, die entwicklungsbeeinträchtigend sind, nur so verbreitet werden dürfen, dass Kinder und Jugendliche der betroffenen Altersgruppen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. Und natürlich gibt es darüber hinaus dann auch Vorgaben, wie das geschehen kann, über Sendezeiten, über technische Mittel. Es gibt auch grobe Kriterien. Nichtsdestotrotz bleibt es den Selbstkontrollen überlassen, in unserem Fall plural besetzten Prüfausschüssen, wie das Ganze konkretisiert wird, was als entwicklungsbeeinträchtigend gilt und wie ein konkreter Inhalt zu bewerten ist. Also die Frage wird ständig neu beantwortet. Ist dieses Programm ab zwölf oder ist zu viel Gewalt drin oder wird zu hemmungslos Alkohol konsumiert? Und an der Stelle würde mich interessieren, ja, nochmal deine Frage aufgreifend, hat sich das bewährt? Oder erleben wir jetzt neue, lernen wir neue Probleme und Phänomene kennen, die neue Formen von Regulierung erfordern, wo das vielleicht nicht mehr funktioniert mit dem breiten, mit dem weiten Rahmen? Und diese Frage ist durchaus berechtigt. Wenn wir uns also anschauen, dass Regulierung sich weiterentwickeln muss, genauso wie sich die Lebenssachverhalte weiterentwickeln. Also wenn wir über Medienregulierung reden, dann haben wir natürlich vor allem das Internet vor Augen. Und es ist nach wie vor die Plattform für globalen Informationsaustausch, für Zusammenarbeit, für Kommunikation, ist aber auch in letzter Zeit natürlich zu einem Ort geworden, wo Phänomene wie Hate Speech oder Verschwörungserzählungen zu Hause zu sein scheinen. Und wie darauf zu reagieren ist, das muss man sich tatsächlich genau angucken. Und wir sehen, dass die Regulierer in Deutschland verschiedene Wege vielleicht auch ausprobieren. In manchen Bereichen also die Zügel anzuziehen scheinen und in manchen Bereichen auch Sachen sich entwickeln lassen. Und da muss man vielleicht mit prophetischer Gabe ausgestattet sein, um vorweg zu ahnen, was wird sich bewähren und was wird funktionieren. Aber man muss sicherlich genau auf die einzelnen Punkte, auf die einzelnen Phänomene, auf die einzelnen Herausforderungen schauen, um dann die Frage zu beantworten, wie sehr muss sich der Staat einmischen, wie genau müssen die Regeln ausgestaltet sein und wie weit darf vielleicht auch der Rahmen gefasst sein, um dann in der Praxis jeweils individuelle Antworten zu ermöglichen. Da sind wir ja schon bei Professor Nassehi so ein bisschen. Und wenn ich Ihr Titel mal abwandeln darf, Herr Nassehi, sich zu fragen, für welches Problem ist diese Regulierung jetzt eigentlich eine Lösung oder ist sie das? Und da würde mich auch interessieren, was die Expertinnen und Experten sagen zu den internationalen Entwicklungen, die wir wahrnehmen. Da erleben wir ja gerade, dass Deutschland so einen eigenen Weg versucht, kann man sagen, ein eigenes Profil versucht zu finden zwischen Protektionismus, wie in den USA und in Russland einerseits und totalitären Tendenzen, wie in China andererseits. Und dass im Grunde der europäische Weg, wenn es so etwas gibt, mehr Aufsicht bedeutet über das Internet und auch mehr Stärkung von informationeller Selbstbestimmung. Ich denke an die Datenschutz-Grundverordnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, da gibt es ja auch sehr viel kritische Stimmen. Einerseits natürlich richtig gegen die Datenkraken, die Transnationalen etwas zu unternehmen. Andererseits fragt man sich schon, nehmen die Menschen das wirklich wahr? Ist das eine gelungene Regulierung, einfach weil das Bewusstsein gestiegen ist über die Daten, die ich verbreite? Oder ist es so, dass wir einfach technisch nur Kästchen wegklicken und gar nicht mehr hinterfragen, was da eigentlich passiert? Wird sich das durchsetzen? Und das zweite große Gesetzesvorhaben, das NetzDG, damit habt ihr mehr zu tun, ist ja auch zweischneidig. Also einerseits natürlich richtig, dass der Staat etwas unternimmt gegen Hate Speech und gegen Angriffe auf die Demokratie. Andererseits schon so ein bisschen spooky, möchte man meinen, wenn Länder, die gar nicht ihre Medien demokratisch regulieren, da so aufspringen auf den Zug und das NetzDG adaptieren. Ich weiß nicht, was überwiegt bei dir? Das komische Gefühl oder ist das eine gute Lösung? Nein, ich habe da eigentlich kein komisches Gefühl dabei. Denn ich finde es richtig, dass der Staat sich um die Themen, die uns alle beschäftigen und die unser Leben prägen, kümmert. Und Politik zu machen heißt, Gesetze zu machen. Oder weitergesprochen heißt, Regeln zu geben. Und um die beiden Beispiele mit dem Datenschutz und mit dem NetzDG mal aufzugreifen, hier zeigt der Gesetzgeber, okay, neue Lebenssachverhalte brauchen vermutlich neue Antworten. Ob das jeweils schon die richtigen sind und ob man da die angemessene, die adäquate, die gerechte Lösung schon gefunden hat, das kann man im Einzelfall tatsächlich diskutieren. Ist das NetzDG ein gutes Gesetz oder nicht? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es hat sicherlich gute Ansätze. Und vor allen Dingen der Punkt, was ich eben ausgeführt habe, dass der Staat sich des Problems annimmt und sagt, das ist das, was wir als Gesellschaft hier vielleicht als Regeln auch haben wollen, das ist wichtig und das ist richtig. Und was man damit in der Praxis dann anfängt und wer sich daran orientiert und auf welche Weise, das ist eine ganz andere Frage. Um mal zum Thema Jugendmedienschutz ein bisschen näher hinzuführen, da haben wir in Deutschland ein sehr interessantes Regulierungsmodell. Das nennen wir das Modell der regulierten Selbstregulierung. Das ist was ganz Besonderes. Das gibt es eigentlich nirgendwo sonst und ist eine Mischung aus Co-Regulierung und Selbstregulierung. Und wir sind in Deutschland eigentlich zu Recht stolz auf dieses Modell, wo der Staat wenige klare Regeln gibt und die Behörden oder die staatlichen Stellen nur wenig Aufsicht wahrnehmen. Zu Recht aber auf Institutionen vertrauen, denen sie einiges zutrauen, wie uns Jugendschutz selbst kontrollen. Denn dieses Regulierungsmodell besagt, vereinfacht gesprochen, solange wir selbst kontrollen, unseren Job ordentlich machen, solange sind die staatlichen Stellen raus aus der Geschichte. Und das ist etwas, was wir lange als wahnsinnig zukunftsgewandt und auch beispielgebend gesehen haben. Gerade in letzter Zeit bei den Regulierungsthemen, die wir im Jugendschutz sehen, scheint es davon eine gewisse Abkehr zu geben. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Im Moment sehr viel diskutierten Entwurf zu einem neuen Jugendschutzgesetz wird als neue Aufsichtsbehörde des Bundes eine Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz vorgesehen. Und diese Bundeszentrale soll als weitere zusätzliche Aufsichtsstelle hinzutreten, zu den ja nicht gerade wenigen Einrichtungen, die im Jugendschutz bisher schon damit beauftragt sind, die Einhaltung der Regeln zu überwachen. Ob wir eine solche Stelle wirklich brauchen und ob die Machtfülle, die im Gesetzentwurf angelegt ist, schon das Richtige ist, das wird, glaube ich, im parlamentarischen Prozess noch intensiv zu diskutieren sein. Ein zweiter Punkt ist, die Regeln für technischen Jugendschutz sind bisher nur sehr kursorisch, nur sehr allgemein vorgegeben in den gesetzlichen Grundlagen. Und wir als Selbstkontrollen haben einen riesigen Spielraum, diese Regeln auszulegen und gemeinsam auch mit Unternehmen an Konzepten weiterzuentwickeln. Und in dieser Situation haben wir in den letzten Jahren eine wahre Flut von Innovationen und neuartigen technischen Lösungen gesehen, die in den Bereichen Video-on-Demand, in den Bereichen Altersverifikation ganz neue Wege gehen, auch von internationalen Anbietern interessanterweise nach Deutschland gebracht werden, sich hier an die deutschen Vorgaben halten, weil sie sehen, es gibt das starre Korsett hier nicht in diesem Bereich, sondern es gibt flexible Spielräume, die man nutzen kann. Und das haben wir als Selbstkontrolle sehr gerne unterstützt und wollen das auch weiterhin tun. Deshalb ist das beispielsweise ein wichtiger Ort, wozu starre Regeln kontraproduktiv sind. Also du sagst, tendenziell ist das auf nationaler Ebene eher rückläufig. Tendieren wir dazu eher wieder, die stärkere Rolle des Staates zu betonen. Auf europäischem Parkett ist es aber doch ein bisschen anders. Wir haben uns neulich unterhalten über die europäischen neuen Initiativen gegen Desinformationen. Und da setzt man doch wieder sehr stark auf selbstregulatorische Ansätze oder regulierte Selbstregulierung und benennt das oft mit so einem Zuckerbrot- oder Peitsche-Prinzip, dass man sagt, also solange die Industrie das regelt, die Anbieter das regeln mit ihren Selbstkontrollen, umso lange kann man das laufen lassen. Aber wenn dies und jenes nicht funktioniert, dann muss eine stärkere Regulierung her. Also da scheint man ja doch wieder auf Bewährtes zu setzen. Und da würde mich interessieren, wie verhält sich das national mit europäischer Gesetzgebung? Lernt man da nicht aus dem positiven Modell, so wie du es sagst, oder fängt man überall wieder von vorne an? Da sind wir aber auch schon Zuckerbrot und Peitsche bei den Anbietern. Auch das hast du gesagt. Die Anbieter wollen wir hier heute auch hören. Wir werden zwei Beispiele hören von reiner Selbstregulierung, also eine Eigeninitiative von Seiten der Anbieter, um im Grunde Probleme anzugehen und Lösungen zu finden, die in Regulierungsrichtung gehen können und da auch sehr konstruktiv sein können. Für den Rundfunk- und Telemedienbereich Stefanie Strüppler von Discovery, die ein Kommunikations-, ein Klassifikations- und Informationstool vorstellen wird und damit im Grunde auch schon Problemlösungen anbietet, die sich Regulierung durchaus zunutze machen könnte. Genau. Und ein zweites Beispiel, was wir nachher ein bisschen genauer kennenlernen werden, das wird uns Marie-Theresa Weber von Facebook vorstellen, nämlich das Facebook Oversight Board. Hier geht es darum, dass ein externes Gremium von unabhängigen Expertinnen und Experten bestimmte einzelne, besonders kontroverse Fälle betrachten muss, prüfen muss mit dem Ziel, eine möglichst auf globaler Ebene gerechte und angemessene Entscheidung zu treffen, ob diese Inhalte beispielsweise auf der Plattform von Facebook zulässig sein sollen oder nicht. Und wir sind gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren und auch zu schauen, ob das möglicherweise ein Modell ist, was auch für andere Anbieter gelten kann. Wir sind schon am Ende unserer kleinen Einführung. Ich denke, wir haben deutlich gemacht, es geht um Regulierungsformen. Es geht immer um die Frage, wie viel Freiheit ist möglich und wie viel Regulierung ist nötig. Und es geht auch darum, dass Regulierung vermittelt werden muss und verstanden werden will. Und da sehen wir auch in Zukunft unsere Rolle als Selbstkontrollen. Herzlichen Dank, Claudia Mikat und Martin Drexler für diese Einführung. Wir wollen jetzt zunächst erstmal grundsätzlich schauen, wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändert, warum die Digitalisierung so einen enormen Siegeszug angetreten hat und welche Herausforderungen daraus entstanden sind. Dazu bin ich jetzt im Gespräch mit Armin Nassehi. Er ist Professor für allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat in seinem Buch Muster eine Theorie der digitalen Gesellschaft entworfen. Ich grüße Sie, Herr Nassehi. Hallo, schönen guten Tag. Sie haben sich in Ihrer Forschung mit der Frage befasst, warum die Digitalisierung so erfolgreich Fuß gefasst hat in unserer Gesellschaft. Und zwar in einem Tempo, dass viele diese Entwicklung so empfinden, als wäre eine Kolonialmacht über uns gekommen, der wir uns jetzt irgendwie erwehren müssen. Ihre These dazu lautet, die Gesellschaft war schon vorher digital. Das hat viele sehr überrascht. Heißt das, die Technik hat sich auf etwas raufgesetzt, was schon vorher da war? Ja, wahrscheinlich kann man sagen, dass sich neue Techniken immer auf etwas draufsetzen, was vorher schon da war. Also es werden sich nur Techniken oder Technologien in Gesellschaften tatsächlich durchsetzen, solange und soweit sie in der Lage sind, innerhalb der Gesellschaft Probleme zu lösen. Also vielleicht ein blödes Beispiel. Die Dampfmaschine brauchte natürlich bereits eine Gesellschaft, in der man so etwas wie Kraftentfaltung für die Produktion von Gütern oder für den Transport von Gütern, sich irgendwie vorstellen kann. Sonst könnte man mit der Dampfmaschine nichts anfangen. Mit einer Zeitung, um im Medienbereich zu bleiben, kann man erst was anfangen, wenn es so etwas wie Gesellschaften mit so etwas wie einer Arena gibt, in der man, ja man könnte sagen, öffentliche Diskurse führen kann, in der es interessant ist für Leute, Meldungen aus der gleichen Region zu hören. Und da muss man sich fragen, was für ein Problem löst dann die Digitalisierung? Und wir können tatsächlich feststellen, dass mit der Entstehung, könnte man sagen, der modernen Welt im 19. Jahrhundert, Entstehung von Nationalstaaten, von politischen Räumen, wenn man so will, dem Betriebskapitalismus, der Wissenschaft, einer starken Form von Verwaltung und Sozialplanung, eigentlich so eine Idee von Mustererkennung entstanden ist, die man bereits im 19. Jahrhundert sehr professionalisiert hat. Man hat im Prinzip berechnet, was man braucht. Also man hat das eigentlich mehr einfach von der Hand in den Mund gelebt und sagen wir mal Lösungen für Probleme eigentlich nur aus der Praxis selber entworfen, sondern man hat versucht, Muster zu berechnen und Planungen zu machen. Das ist ja schon so etwas Ähnliches wie das, was dann die Digitaltechnik im 20. Jahrhundert professionalisiert hat. Also Digitaltechnik, der Computer, macht ja zunächst nichts anderes, als in Datensätzen Muster zu erkennen, sie miteinander zu verknüpfen, signifikante Formen von Zusammenhängen zu entbergen und das in einem Bereich, an dem unser Bewusstsein sozusagen gar nicht mehr drankommt, rein quantitativ. Das war der Erfolg eigentlich dieser Technik, die dann tatsächlich, Ihre Formulierung hat mir gut gefallen, quasi wie ein Kolonialist von außen in die Gesellschaft hineinkam, weil ganz offensichtlich man in unterschiedlichsten Bereichen, also in sozialen Bereichen, aber auch in technischen Bereichen, mit dieser Technik der Mustererkennung und dann sozusagen als zweite Form der Steuerung umgehen könnte. Und dann kam als drittes eben auch noch dazu, dass es sich um ein Medium handelt, das tatsächlich die Medienwelt total durcheinandergebracht hat. Digital, das assoziiert ja 1,0, also so was ziemlich Binäres. Inwiefern war denn die Gesellschaft digital dann aber auch? Ja, also die Gesellschaft war nicht digital in dem Sinne, dass man alles auf 1 und 0 zurückführen kann, sondern sie war insofern digital, als man mithilfe von Berechnungsmethoden und zwar sehr einfachen Berechnungsmethoden das Inkommensurable kommensurabel machen konnte. Wenn ich es jetzt auf Deutsch sage, würde man sagen, Dinge miteinander zu vergleichen, die man im ersten Moment nicht miteinander vergleicht. Das ist eigentlich das Digitale. Das ist ja das Tolle an Datensätzen, dass man mit ihnen Dinge machen kann, sagen wir mal, die in den Intentionen derer, die die Daten hervorbringen, ob das nun unmittelbare Daten sind, die Verwaltungen oder Wissenschaft selbst erhebt oder ob das Daten sind, die durch unseren Alltag ohnehin anfallen, dass man damit Dinge machen kann, die vorher intentional nicht da gewesen sein mussten. Das ganze Geschäftsmodell der sozialen Medien beruht ja genau darauf. Also die Anbieter interessieren sich viel weniger für das, worüber wir heute reden, nämlich wer da mit wem wie kommuniziert, sondern dass dadurch Daten anfallen, deren Muster man für etwas anderes, vor allem für ökonomischen Mehrwert verwenden kann. Und das ist sozusagen das 0 und 1 ist insofern spannend, als es die simpelste Form der Unterscheidung ist. Also ich habe das in meinem Buch versucht, mit der Schrift zu vergleichen. Die Schrift braucht immerhin 26 mal 2, zumindest unsere Schrift, Zeichen, um fast alles bezeichnen zu können. Diese Art von Zeichenwelt braucht eigentlich nur 2 Zeichen, also einen Unterschied. Deshalb ist es eigentlich für alle Bereiche anwendbar. Und diese Simplizität des Mediums ermöglicht erst die Komplexität dessen, was man damit betreiben kann. Es wird also ein Mehrwert geschaffen. Die Technik löst ein Problem, der Gesellschaft schafft also einen Mehrwert. Warum ist es so wichtig, diesen ganzen Sachverhalt Digitalisierung genau unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten? Weil Sie haben ja die Sozialwissenschaften auch so ein bisschen kritisiert, dass die so an der Oberfläche bleiben. Warum ist diese Perspektive so entscheidend? Naja, nicht an der Oberfläche, sondern es gibt einfach eine andere Frage, die mich interessiert hat. Also mich interessierte nicht zunächst die Frage, was ist das für eine Art von Störung, sondern mich interessierte zunächst, warum ist das eigentlich eine Technik, die so erfolgreich ist? Also sowas wie eine Gesellschaftstheorie der Digitalisierung, die gab es in der Form vorher noch nicht. Und ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, zu wissen, warum diese Technik eigentlich in der Lage ist, in fast allen Bereichen der Gesellschaft tatsächlich so etwas wie Anschlussfähigkeit zu bekommen. Erst im zweiten Schritt wird dann deutlich, welche Bedeutung dann eigentlich, wie soll man sagen, also welche Folgen diese Art von Technik für gesellschaftliche Routinen, gesellschaftliche Prozesse und natürlich auch Formen gesellschaftlicher Regulierung hat. Das ist interessant, denn Ihre These lautet, Digitalisierung ist nicht Disruption, sondern das Gegenteil. Das fand ich insofern interessant, weil wir es ja alle als Disruption empfinden. Wir denken alle, es wird alles umgeworfen durch die Digitalisierung. Sie schreiben aber, sie verweist auf die merkwürdige Stabilität des gesellschaftlichen Gegenstandes. Woher kommt dieser Widerspruch, dass wir das so komplett anders wahrnehmen? Ja, also wir nehmen schon richtig wahr, dass sich wahnsinnig viel verändert. Allerdings nutzt Digitaltechnik die Trägheit der Gesellschaft. Also wenn man sich mal überlegt, was man mit großen Datensätzen, die ganze Big Data Diskussion ist ja voll davon machen kann, dann sucht man eigentlich nach Regelmäßigkeiten, die sagen wir mal stabiler sind als das, was wir so sehen. Also wenn Sie mit einem Datensatz Marketing betreiben wollen oder irgendwie Produktentwicklung betreiben wollen oder Forensisches tun wollen oder Sozialplanung machen wollen, dann suchen Sie in den Datensätzen nach Regelmäßigkeiten, um daraus etwas zu lernen. Steuerungstechniken, technische Steuerungstechniken wollen sozusagen versuchen, von einer Situation auf die andere zu schließen, um damit lernfähig zu sein. Das heißt, die Digitaltechnik nutzt eigentlich die Muster, die relativ stabil sind, aus, um zum Beispiel Prognosen machen zu können. Das ist übrigens dem, was so die Sozialwissenschaften machen, sehr, sehr ähnlich, weil wir auch einerseits mit einer Gesellschaft zu tun haben, die von sich selber denkt, dass sich von heute auf gleich immer alles verändert, wir aber gleichzeitig auf sehr stupende Regelmäßigkeiten hinweisen müssen. Ich meine, wir leben gerade in der Covid-Krise, wo wir denken, dass alles anders wird und stellen fest, dass die Gesellschaft nach ziemlich festgelegten Mustern auf diese Krise reagiert. Das heißt, das ist kein falscher Eindruck, dass sich viel verändert, aber es verändert sich auf der Basis eigentlich von etwas vergleichsweise Stabilem. Also das Unterliegende bleibt vorerst zumindest stabil. Digitale Technik macht also Komplexität dennoch sichtbar in dieser Stabilität und Phänomene zählbar, zeigt aber auch Gemeinsamkeiten. Sie nennen das eine Kombination aus Vereinfachung und Komplexitätssteigerung. Was überwiegt? Ja, beides eigentlich. Also das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass die Digitaltechnik ist ja eigentlich eine wahnsinnig simple Technik, wenn man so will. Also simpel in dem Sinne, dass man sie, dass man sie ohne sie groß verändern zu müssen, auch fast alles anwenden kann. Und das ermöglicht unglaubliche Komplexität. Ich meine, man muss sich das mal klar machen, dass man, ich habe es an dem Beispiel gerade schon gesagt, dass man am gleichen Datensatz ganz Unterschiedliches wahrnehmen kann. Das ist zum Beispiel so etwas. Oder wenn man an Steuerungstechniken denkt, dann ist es eine relativ simple Steuerungstechnik, die aber eben durch Quantifizierung in der Lage ist, sehr komplexe Sachverhalte gleichzeitig zu verarbeiten mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. Worauf es mir ankommt, das ist eigentlich, und das ist vielleicht auch das, was für das Medienthema sehr, sehr wichtig ist, dass man auch darin eigentlich eine starke Kontinuität wahrnehmen kann. Also Medien sind ja eigentlich was vergleichsweise Simples. Sie wollen letztlich nichts anderes tun, als mit Informationen Anschlussfähigkeit herzustellen. Und jetzt haben wir das in einem völlig neuen Medium, in dem man sozusagen aufgrund dieser Vereinfachung eigentlich alle Verheißungen, die es vorher gab, dass jeder Mensch alles überall sagen darf und überall gehört werden sollte, das ist jetzt auf einmal erfüllt und produziert neue Probleme. Es ist eine schöne Parabel darauf, dass man sagen kann, eine vergleichsweise einfache Verheißung, eine einfache Struktur, eine einfache Form generiert Probleme, die erst dadurch entstehen, dass man mit diesem Medium entsprechend umgeht. Also die Lösung wird zum Problem. Das ist ja etwas, was die moderne Gesellschaft überall ausmacht. Das bringt uns zu einem soziologischen Begriff. Nach dem Kritiküberschuss ist das Digitale ein Projekt der Kontrolle, ein Kontrollüberschuss, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem die Gesellschaft nun zu Rande kommen muss. Kontrolle werde zur bestimmenden Produktivkraft, technisch und sozial. Und Sie schreiben, die Digitalwelt muss sich mit Kontrollplagen herumplagen. Was heißt das genau, dieser Kontrollüberschuss? Ja, der Kontrollüberschuss ist eine Unterscheidung, die nicht von mir stammt, sondern von dem Soziologen Dirk Becker. Also der Kritiküberschuss, das wäre das, was man mit der Buchdruckwelt verbindet. Also seit es den Buchdruck gab, hat es immer wieder Kritik gegeben an dem, was geschrieben war. Also jedes neue Buch war im Prinzip Kritik an den Büchern vorher. Und der Kontrollüberschuss bedeutet, dass wir jetzt auf einmal Mittel in der Hand halten. Und wie ist die Frage, wer das eigentlich ist? Das ist sehr ungleich verteilt, wer das in der Hand hält, mit dem man sozusagen gerade über Mustererkennung und gleichzeitig auch über die sozusagen das gleichzeitige Abscannen oder das gleichzeitige Abscannen von Prozessen Informationen generieren kann, mit denen man Prozesse tatsächlich sehr stark steuern kann. Und das ist ein Kontrollüberschuss. Man kann ja sagen, erfolgreiche Digitaltechnik, nicht nur im Medienbereich, in fast allen anderen Bereichen, besteht ja darin, Prozesse zu kontrollieren und zu steuern. Und dieser Kontrollüberschuss ist es ja, der uns die großen Sorgen über diese Technik macht. Also wir benutzen ganz simpel irgendwelche Smartphones und tun etwas damit und stellen gleichzeitig fest, dass man damit Datenspuren hinterlässt, mit denen andere einen Kontrollüberschuss über einen selbst haben können. Also man kann detektieren, welche Produkte womöglich für mich die richtigen sind. Ein Forensiker wird sich eher dafür interessieren, wo ich war, wo ich nicht gewesen sein sollte und so weiter und so weiter. Also dieser Kontrollüberschuss ist es eigentlich, für den wir kulturelle Formen brauchen. Und die Frage der Regulierung von Medien ist ja auch nichts anderes als der Versuch, wer übt eigentlich über wen Kontrolle aus? Also wir haben in Deutschland ja noch ein starkes subsidiäres Prinzip, wie in anderen Bereichen ja auch, wo wir sozusagen die Kontrolle immer nach unten verlagern an Instanzen, die damit umgehen sollen. Jetzt haben wir mit einem Medium zu tun, das den Kontrollüberschuss so stark macht, dass man womöglich mit diesen subsidiären Formen nicht mehr auskommt. Und das ist eine schwierige Situation. Und das ist wirklich ein Beispiel, Frau Linz, Sie haben das gerade gesagt, für Disruption. Also da ändert sich tatsächlich durch die Anwendung dieser Technik etwas in unserem Selbstverständnis. Das heißt, wir haben einfach gesagt, mehr zu kontrollieren, als wir kontrollieren können? Ja, das ist eine schöne Formulierung. Also weil es eigentlich die ganze Paradoxie auf den Begriff bringt. Also wir haben sozusagen, und wieder ist die Frage, wer ist wir? Wir haben sozusagen die Mittel, in Prozesse einzugreifen und brauchen diese Mittel, um bestimmte Steuerungsprozesse möglich zu machen und müssen gleichzeitig mit Hilfe von Steuerungsmitteln diese Steuerungsmittel auch in ihre Schranken weisen. Das ist unglaublich kompliziert. Das Tolle ist ja gerade bei der Mediensteuerung, dass man im Prinzip diese Steuerungsmittel braucht, um rauszukriegen, welche Muster in ganz bestimmten Formen entstehen, die man zum Beispiel unterbinden will. Also bestimmte Inhalte oder bestimmte Formen der Überhitzung durch das Medium und so weiter. Das nehmen wir ja nicht alles mit unserem natürlichen Bewusstsein wahr, sondern wiederum auch mit der Technik, mit der wir das machen können, indem wir diese Muster feststellen. Ich würde gleich noch mal zur Medienregulierung kommen, aber vorher noch mal auf einige andere Störungen der Gesellschaft schauen. Denn wie Sie schreiben, führt die Digitalisierung zur Störung der Routinen der Moderne. Das haben wir also hier nicht nur in der Medienregulierung, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ein Stichwort wäre Monopolbildung, aber vielleicht können Sie noch andere Bereiche nennen, wo wir diese Störungen haben. Naja, die finden ja eigentlich überall statt. Ja, also eine der größten Störungen, die wir haben werden, das ist, dass die Produktion von Wertschöpfung womöglich durch die Digitalisierung von Wirtschaftsprozessen immer weniger Personen zugerechnet werden kann. Das wird also etwas sein, mit der sich diese und die nächste Generation ziemlich rumschlagen muss. Eine weitere Störung ist, dass wir im Medienbereich auf einmal auf alles zugreifen können und so etwas wie Gatekeeper-Funktionen verschwinden. Deshalb bekommt man besonders viel Informationen, aber es ist immer schwerer rauszukriegen, welche Information ist valide. Wir haben die Situation, dass diejenigen, die uns heute sozusagen kontrollieren können, nicht mehr unbedingt staatliche Akteure sind, sondern private Akteure. Ich gehöre noch einer Generation an, die mal gegen Volkszählungen protestiert hat, was ja irgendwie unfassbar naiv ist, wenn man sich überlegt, was Volkszählungen damals an Daten produziert haben. Wenn ich heute einmal durch München laufe, habe ich mehr Daten hinterlassen, als die ganze Volkszählung damals hatte. Das ist eine unglaubliche Störung, weil diejenigen, die über diese Daten verfügen, natürlich etwas tun können. Wir kennen die Diskussion darüber, wer in welche Formen von zum Beispiel Wahlkämpfen oder Ähnliches eingreifen kann durch entsprechende Informationsmöglichkeiten. Die Liste könnte man radikal verlängern. Und es ist eben die Störung, dass man das nicht sieht. Also ich habe es gerade schon gesagt, wir bewegen uns in sozialen Netzwerken oder wir stellen fest, dass der Informationshaushalt der Gesellschaft sich irgendwie komplexer wird. Und man kann jetzt beobachten, was man gewissermaßen mit dem Wissen über die Strukturen dieser Prozesse machen kann. Da entstehen völlig neue Machtpositionen in der Gesellschaft, die es vorher nicht gegeben hat. Ja, also wir haben, wir wussten, dass so etwas wie Rechte gegenüber dem Staat über die klassische Idee der Menschen- und Bürgerrechte diskutiert wurden. Jetzt haben wir es mit Akteuren zu tun, die gar nicht mehr in erster Linie staatlicher Akteure sind, die mit solchen Dingen entsprechend umgehen. In China ist es sozusagen vielleicht gleich zu sich selbst gekommen, weil dort gewissermaßen fast alles dann zu staatlichem Akteur wird. Und die Digitalisierung, das, was Kontrollüberschuss angeht, sozusagen uns zeigt, was an Radikalem da möglich ist. Aber in liberalen Gesellschaften ist es ja keineswegs so, dass diese Formen von Kontrolle nicht entstehen und dass diese Gefährdungen nicht da sind. Mir fällt noch ein Beispiel ein, auch derzeit intensiv in der Diskussion, Algorithmen, die uns dadurch herausfordern, dass sie keine Unschärfe zulassen, im Gegensatz zu uns Menschen, die ja doch immer noch so ein bisschen Spielraum haben in ihren Entscheidungen. Ja, das ist eine schwierige Diskussion. Also ein Algorithmus ist ja zunächst mal was ganz Simples. Ein Algorithmus ist eigentlich nur ein Konditionalprogramm, dass das abläuft. Und was wir, also ein Konditionalprogramm heißt, es ist natürlich sehr, sehr komplex. Deshalb sieht es aus, als würde ein Algorithmus etwas selbst machen. Eigentlich wird er programmiert dafür, dass unter bestimmten Bedingungen etwas Gestimmtes passiert. Das und eben unter Einbeziehung großer Datenmengen kann man dann sozusagen Algorithmen für sehr komplizierte Besteuerungsformen verwenden. Schwierig, also das ist in der Tat so, dass das, wie Sie sagen, es wenig Graubereiche gibt. Schwierig wird es ja sozusagen, wenn wir es mit Technik zu tun haben, die selbst, also die Selbstentscheidungen treffen oder denen wir Entscheidungen zurechnen. Da haben wir übrigens ein ganz ähnliches Problem, wie das mit der Medienregulierung, dass man sich die Frage stellen muss, wem rechnet man eigentlich zu, dass etwas geschieht? Mein Lieblingsbeispiel ist natürlich das selbstfahrende Automobil. Automobil heißt schon Selbstfahrer, aber Sie wissen, was ich meine. Dass bei dem sozusagen nicht ein Datensatz verarbeitet wird, sondern eine Technik da ist, die selbst mit Hilfe von Sensoren in der Welt Strukturen entdeckt, dann aufgrund der eigenen Daten Entscheidungen trifft. Und wenn man jetzt feststellt, dass solch ein Apparat einen Fehler macht, dann kann man zum Beispiel nicht sagen, naja, Frau Linz hat einen Fehler im Straßenverkehr gemacht. Sie ist nur ein Mensch. Zu sagen, das ist nur ein Algorithmus oder nur eine künstliche Intelligenz. Diese Kontingenzformel steht uns nicht zur Verfügung. So haben wir es mit einer Technik zu tun, die zurechnungsfähig wird und gleichzeitig Fehler machen kann. Also ein System, das mit Daten arbeitet, die es selbst erhebt, kann nur Fehler machen aus mathematisch-logischen Gründen. Es kann nicht vollständig fehlerfrei sein. Sonst wären es ja keine Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber wir haben große Schwierigkeiten mit den Zurechnungsprozessen. Der Mensch ist sozusagen als ein Symbol für Nicht-Perfektheit ein wunderbarer Anker, an dem man falsch laufende Prozesse festmachen kann. Mit der Technik wird das schwieriger. Auch das ist eine Frage, mit der sich unsere Kultur wirklich auseinandersetzen muss. Welche Art von Zurechnungsfähigkeit man hier sowohl rechtlich als auch moralisch, als auch im Alltag denken kann. Erschüttern all diese Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, erschüttern die die Stabilität der Gesellschaft, die Sie ihr ja gerade erst attestiert haben? Naja, ich habe nicht gesagt, dass die Gesellschaft stabil ist. Ich habe gesagt, dass die Muster unserer Reaktionen vergleichsweise berechenbar und stabil sind. Also ich habe mich immer gewundert, auch schon als junger Sozialwissenschaftler, das ist lange her, wie Sie sehen, dass man mit der Befragung von 1000 bis 1500 Menschen in Deutschland die Wahlergebnisse ziemlich genau prognostizieren kann. Das weist ja auf vergleichsweise interne Stabilität hin. Aber das heißt nicht, dass die Gesellschaft als Ganze stabil ist. Ich würde ja sagen, dass das Paradoxe an der Digitalisierung ist, dass Digitalisierungsprozesse bisweilen Orientierungslosigkeit, Instabilitäten, Disruptionen produzieren, dass wir gleichzeitig aber Digitaltechnik brauchen, um diese Folgen sozusagen wieder zu bearbeiten. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Technik tatsächlich aus dieser Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist. Nun sprengt die Digitalisierung die Grenzen der Funktionssysteme. Sie fordert, schreiben Sie, institutionalisierte Routinen heraus. Heißt, wir brauchen neue Routinen? Naja, zum Teil schon. Ich habe ja gerade das Beispiel genannt. Wie gehen wir rechtlich eigentlich damit um, wenn wir einer Technik etwas zurechnen und nicht mehr juristischen Personen, die ja Organisationen oder Menschen sein können? Das ist schon eine ziemlich schwierige Frage. Und das ist ja nicht etwas, was sozusagen erst in einer fernen Zukunft stattfindet. Damit haben wir tatsächlich heute schon zu tun. Also wenn Sie an einem Beatmungsgerät hängen, dann hat das Beatmungsgerät selbst eine Steuerung, die zum Teil auf die Veränderung der unmittelbaren Situation reagiert. Die spannende Frage ist, welche Rolle hat sozusagen derjenige, der den Apparat bedient in einer Welt, in der der Apparat selbst Entscheidungen trifft? Und Entscheidungen heißt jetzt nicht im Sinne sozusagen starker Entscheidungen, sondern der Zurechnungsfähigkeit, dass der Apparat funktionieren muss, sonst läuft das nicht. Wir haben hier die Beispiele mit den beiden Boeing-Maschinen, die vom Himmel gefallen sind, ja alle noch im Kopf, bei denen man sagen muss, da hat eigentlich ein Computer alles richtig gemacht, hat nur blöderweise die falschen Daten bekommen. Dadurch, dass er alles richtig gemacht hat, sind die Dinge abgestürzt. Wie geht man eigentlich damit um? Und das sind Fragen, über die man tatsächlich nachdenken muss. Man muss über Fragen nachdenken, wie gehen wir damit um, dass wir glauben, dass wir etwa über die Datenschutz-Grundverordnung einen Haken in einer App machen und eigentlich ist die Verordnung dafür da, dass die App nicht alles tun kann, was sie kann oder nicht alles tun soll, was sie kann, wir aber durch unsere Zustimmung erst ermöglichen, dass sie dann doch tut, was man eigentlich mit der Verordnung verhindern wollte. Man sieht also, das Rechtssystem muss sich offenbar anpassen an Dinge, die technisch jetzt möglich sind. Und das ist ein Lernprozess, der ist gar nicht so einfach. Und wir sehen in der Welt, dass es da sehr unterschiedliche Formen gibt. Es gibt Laissez-faire-Formen, es gibt Formen, in denen man das staatlich sehr, sehr stark reguliert, beziehungsweise geradezu autoritär reguliert. Und es gibt Formen, in denen man versucht, einen Ausgleich zu finden. Und es gibt vor allem nicht die Form, auf diese ganze Technologie verzichten zu können. Das ist sozusagen inzwischen unmöglich. Es gibt vielleicht ein paar Lebensformen, die darauf verzichten können. Die sind aber sehr privilegiert, weil sie dann andere haben, die für sie mit diesen Apparaten umgehen. Ich möchte mal im letzten Teil unseres Gesprächs zur Medienregulierung kommen. Vorher aber eine Frage stellen, die, glaube ich, sehr wichtig zu klären scheint. Inwiefern können wir denn noch von einer Gemeinschaft sprechen, von einer Gesellschaft? Weil es gibt ja Stimmen, die sagen, vorher hatten wir die Moderne, hatten wir die Gesellschaft. Und jetzt differenziert sich das in Parallelwelten alles auseinander, in verschiedene Systeme. Wie würden Sie das sehen? Na ja, gut, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich, also das ist die Million-Dollar-Question. Und das lässt sich nicht in drei Minuten sagen. Also ich würde sagen, die Moderne bestand immer schon darin, dass sie vor allem mit Perspektiven-Differenz umgehen musste. Sie musste, sie war besonders erfolgreich, weil eben das Ökonomische sich von anderen, von anderen Zusammenhängen, man kann sagen, emanzipiert hat. Politik zu betreiben muss heute nicht mehr gottesfürchtig sein und, also sagen wir mal, eine ökonomische Orientierung hat eigentlich als Erfolgsbedingung nur das Ökonomische und nichts anderes mehr. Also diese Differenzierungsprozesse, die gibt es seit 250 Jahren in der Gesellschaft. Das Interessante ist ja, dass wir immer versucht haben, durch unterschiedliche Formen diese Perspektiven-Differenz zu überwinden. Der Nationalstaat war zum Beispiel so ein Versuch, ja, mit all seinen positiven und negativen Folgen. Die Nation war im 19. Jahrhundert eine emanzipatorische Bewegung und gleichzeitig auch eine, die sozusagen eine exkludierende Bewegung. Und ich meine, jetzt leben wir in einer globalisierten Welt, in der wir feststellen, dass etwa zu behaupten, zu sagen, wir könnten alle Folgen der Digitalisierung im nationalstaatlichen Rahmen bewältigen, das funktioniert schon deshalb nicht, weil die Netz, also die Netzwerkfolgen dieser Geschichte natürlich global sind, aber das ist auch nichts Neues. Das gilt für das Wirtschaftssystem seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dass es also eine Nationalökonomie eigentlich immer nur als Berechnungsmodell gegeben hat und nicht in der Realität. Also auch da würde ich wieder sagen, ein altes Problem, das wir schon sehr lange kennen, das jetzt natürlich in dieser neuen Welt neue Lösungen braucht und wir ja feststellen, dass manche Leute denken, wenn wir uns wieder darauf zurückziehen, einen stark integrierten Nationalstaat zu haben und darüber alles zu lösen, bis hin zu Ideologien hinein, dass wir uns gewissermaßen protektionistisch vom Rest der Welt zurückziehen. Das sind Modelle, die im 19. Jahrhundert vielleicht funktioniert haben. Heute sicherlich nicht. Man muss über solche Dinge heute im globalen Rahmen nachdenken. Schon wenn ein europäischer funktionieren würde, wäre ja viel gewonnen. Das klingt schon nach mehr Komplexität. Und Sie schreiben auch, Komplexität lässt sich nur regeln mit dem Erhöhen der Eigenkomplexität. Was heißt das genau? Sie haben das schon ein bisschen angerissen mit internationalen Lösungen. Naja, ich meine, das gilt ja für fast alles. Also das Schlimmste, was es gibt in allen Bereichen, wenn man auf eine Formel das bringen will, dann sind es einfache Lösungen für komplexe Probleme. Die funktionieren einfach nicht. Also wir hätten das ja gerne. Also wir würden auch gerne sagen, dass das Covid-Virus mit einfacher Lösung loszuwerden, würden wir sofort machen. Wir stellen fest, wie komplex das ist, hier Steuerungen vorzunehmen. Also das Verhalten der Menschen, die Funktionssysteme wie Ökonomie und Politik und Bildung entsprechend irgendwie dazu zu bringen, die Infektionszahlen runterzubringen und so weiter. Das ist unglaublich schwierig. Und einfach mit einfachen Lösungen Appell an die Vernunft oder so etwas wie starke Formen von autoritärer Herrschaft. Das funktioniert alles nicht. Das heißt, wir müssen unsere Eigenkomplexität aufbauen. Das bedeutet im Prinzip, dass wir mit diesen unterschiedlichen Perspektiven rechnen müssen. Und das gilt eben auch für die Folgen der Digitalisierung. Also einfache Lösungen gibt es da natürlich nicht, was die Sache als öffentliche Kommunikation natürlich schwieriger macht. Man kann nicht zu jedem Problem ein soziologisches Hauptseminar in der Öffentlichkeit machen. Man kann auch mit solchen Sätzen nicht gewählt werden. Und in den Medien funktioniert das auch nicht immer. Ganz abgesehen davon, dass das soziologische Hauptseminar die Probleme auch nicht lösen würde. Brechen wir es mal runter auf Inhalteregulierung im Netz. Wie macht man das? Ein Gegensatzpaar lautet mehr Staat oder mehr Selbstregulierung. Wie kann man Inhalte im Netz regulieren? Ja, wie kann man Inhalte im Netz regulieren? Das ist jetzt sozusagen die zweite Million Dollar Question. Wenn man ein bisschen in die Geschichte des Mediensystems guckt, würde man ja sagen, dass die große Verheißung zunächst mal tatsächlich war, dass möglichst wenig in den Medien reguliert wird. Also das Problem der Medien am Anfang war das der Zensur. Jetzt haben wir sozusagen, dass die Medien tatsächlich alles melden können, was möglich ist. Also das Recht besteht ja auch darin, Unsinn zu schreiben. Das ist ja, das ist das, was man Freiheit nennt. Die Wahrheit zu schreiben ist einfach, aber auch Unsinn zu schreiben in einem System, dass das möglich ist. Und jetzt kann man feststellen, dass die Geschichte des Mediensystems ja darin besteht, dass man Gatekeeper eingebaut hat. Also zum Beispiel, dass Medien sehr stark mit dem journalistischen Beruf zu tun haben, dass Redaktionen Gatekeeper sind, dass wir es mit einer Öffentlichkeit zu tun haben, die durchaus in der Lage ist zu unterscheiden, ob man es mit ernstzunehmenden oder weniger ernstzunehmenden Formen von Informationen zu tun hat. Durch die Digitalisierung der Medien sind diese Gatekeeper zum Teil verschwunden und ist gewissermaßen diese Selbstbegrenzung des Systems, die gar keine intentionale, sondern eine strukturelle ist, tatsächlich weg. Deshalb ist es unglaublich schwierig, jetzt entsprechend anzusetzen. Also Sie können, wenn in einer Zeitung irgendein Schmarrn steht, der ein rechtliches Problem produziert, die Redaktion adressieren. Das, was als Dynamik in einem Netz entsteht, ist viel schwerer adressierbar, weil man sozusagen den Urheber in dieser Form nicht kennt. Also diese Dynamik einzugrenzen, das ist außerordentlich kompliziert. Und man könnte sagen, also wir nehmen das wirklich ernst mit der Liberalität. Jeder darf sagen, was er will. Die Folgen muss man dann entsprechend bearbeiten. Oder man macht es total autoritär und man könnte ja sozusagen mit Hilfe von Algorithmen durchaus bestimmte Begriffe aufstöbern und die Leute dann sozusagen rausschmeißen aus den Geschichten. Wir kennen das ja alle. Wahrscheinlich ist der Mittelweg der einzig mögliche. Ich habe es vorhin schon gesagt, ob diese subsidiären Formen, wie wir sie in Deutschland kennen, für diese Form tatsächlich funktionieren, darf bezweifelt werden. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich würde mir vorstellen, dass wir feststellen müssen, dass wir auch hier andere Institutionen brauchen, die das entsprechend machen. Wahrscheinlich brauchen wir darüber eine Art von öffentlichem Diskurs, der zunächst einmal einem größeren Publikum klar macht, was denn an dieser Medienform eigentlich anders ist als an den traditionellen. Ich glaube, dass das so bekannt zum Teil gar nicht ist. Sie sagen dazu oder schreiben dazu ganz salomonisch, wir brauchen wahrscheinlich intelligentere Lösungen, die die unterschiedlichen Logiken der Gesellschaft zusammendenken. Genau, das sagt man immer, wenn einem nichts Genaueres einfällt. Intelligentere Lösungen sind eigentlich immer eine gute Lösung. Was wir aber bisher sehen, ist, dass, wenn es auch um technischen Fortschritt geht, dass das eben sehr stark von den Tech-Unternehmen bislang definiert wird, dass sie sehr starke Treiber sind und wir da so ein bisschen hinterher hecheln. Müssen wir den Tech-Unternehmen als Gesellschaft das aus der Hand nehmen, diese Definition, was ist gesellschaftlicher Fortschritt? Na, das ist ja sozusagen wieder eine Grundfrage der Moderne. Also wie viel Regulierung soll der Staat eigentlich im Hinblick auf das machen, was zum Beispiel technischen Fortschritt bedeutet? Also es gibt viele Leute, die haben als erste Reaktion zu sagen, am besten hat der Staat das Selbst in der Hand. Als wäre der Staat derjenige Akteur, der besser weiß, wie diese Geschichten gehen. Ich habe da große Zweifel, ehrlich gesagt. Und ich habe auch große Zweifel, dass man sozusagen schon genau antizipieren kann, welche Art von Technik die entscheidende und die richtige sein wird. Insofern komme ich wieder auf den salomonischen Satz zurück. Wahrscheinlich brauchen wir tatsächlich Foren, in denen man darüber nachdenkt, welche Art von Technik wo tatsächlich sinnvoll einsetzbar ist. Man muss gleichzeitig sehen, es handelt sich auch um Märkte, in denen diese Dinge funktionieren müssen. Ich würde mir vom Staat schon wünschen, da vielleicht stärker, also von staatlichen Akteuren, da vielleicht stärker, also mal zuzugeben, dass wir in der nächsten Generation es tatsächlich mit disruptiven Veränderungen im Arbeitsleben, im Medienleben, auch im privaten Leben zu tun haben. Ich meine, wir haben letztens Wahlkämpfe gehabt. Da war das einzige Digitalisierungsthema und dass es gab die Frage, ob man Glasfaserkabel auch bis Niederbayern verlegen kann oder nicht. Ich meine, das ist sozusagen die Steinzeitfrage zur Digitalisierung. Da wären noch ein paar komplexere Fragen denkbar. Also wir brauchen einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs. Das nehme ich mit. Abschließend noch eine Frage, jetzt noch eine Million-Dollar-Frage, die dritte in dieser Runde, die ich aber in diesem Nachmittag allen stellen möchte. Wir sind jetzt in der Pandemie und hier werden sehr schnell Regelungen erlassen. Was zeigt, dass es geht, wenn wir in Not sind und wenn die Gefahr groß ist? Nun sagen viele, warum kann es nicht woanders auch so schnell gehen? Warum müssen wir alles so ewig lange diskutieren? Meine Frage wäre, diese Geschwindigkeit ein Vorbild für andere Arten von Regulierung? Also hoffentlich nicht, würde ich sagen. Ja, also wir haben wir haben tatsächlich mit einer Ausnahmesituation zu tun. Es geht um Leben und Tod. Man muss es vielleicht tatsächlich so so sagen, wenn man allein die Klimakrise und diese Covid-Krise miteinander vergleicht. Die Klimakrise ist eine, wie soll man sagen, also eine chronologische Krise. Wir wissen alles seit den 70er Jahren und es wird uns auch noch länger beschäftigen. Jetzt haben wir es mit einer temporären Krise zu tun, bei der man tatsächlich solche Ausnahmegeschichten machen kann. Aber das als Modell für Gesellschaftssteuerung, ich meine, wir sehen doch schon innerhalb der Covid-Krise, dass das eigentlich nur in den ersten zwei Monaten möglich war. Danach hat die Gesellschaft so reagiert, wie sie es immer tut. Die unterschiedlichen Akteure beobachten das Ganze aus ihrer je spezifischen Perspektive. Auch wenn das die Welt komplizierter macht, ist mir das erheblich lieber als diese merkwürdigen Utopien, dass es der Staat am Ende durch Zentralismus am besten lösen kann. Das kann er nicht. Amina See, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. So, und wir fahren fort mit unserem nächsten Gast. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Janett Hofmann, Professorin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und wir nehmen jetzt beide Platz hier auf dem Panel mit genügend Abstand. Frau Hofmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Linz, ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Medien werden von der Gesellschaft oft als eine Art Kolonialmacht oder Urgewalt empfunden, die so vermeintlich über uns hereingebrochen ist. Das hatten wir schon mit Amina See kurz thematisiert. Aber dass sie nur erfolgreich sein können, wenn sie eine Funktion erfüllen, das haben wir auch besprochen. Jetzt wollen wir diese These mal runterbrechen auf das Verhältnis von Demokratie und Medien, wofür Sie ja hier die Experten sind. Und wir wollen fragen, wie verändern die Medien unsere Gesellschaft und unsere Demokratie? Oder umgekehrt, welche Medien hat unsere Gesellschaft ermöglicht? Also was haben wir zugelassen an Medien? Inwieweit sind die Medien Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse? Sie haben in einem Artikel geschrieben, dass digitale Technik den Eindruck macht, als hätte sie ein Eigenleben. Als sitzen wir hinten im Auto und vorne sitzt die Digitalisierung und die fährt voran und wir können nur zuschauen, sind dem ausgeliefert. Dabei ist Technik ja was Menschengemachtes. Woher kommt dieser Eindruck der Fremdbestimmung? Das ist eine gute Frage. Was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass im öffentlichen Diskurs, auch in der Politik es immer so dargestellt wird, als sei die Technik was Eigenmächtiges und wir sind gefragt, uns anzupassen. Sei es durch lebenslanges Lernen oder ähnliche Dinge. Wir sind in der Rolle, uns anzupassen. Das ist, wie wir das in der Gesellschaft immer darstellen. Es mag natürlich auch damit zu tun haben, dass Technikentwicklung in Räumen stattfindet, die für die Gesellschaft nicht offen stehen. Technikentwicklung durch Spezialisten häufig erledigt wird. Aber glaube ich, es hat auch damit zu tun, dass wir als Gesellschaft unseren eigenen Einfluss auf Technikentwicklung in aller Regel nicht wahrnehmen. Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel. Facebook ist ein soziales Netzwerk, das mal begonnen hat als eine Art Spielzeug, ein öffentliches Fotoalbum für College-Studierende. Und es hat sich ja seither wirklich grundlegend gewandelt in jeder Hinsicht. Aber dass das mit Hilfe der Nutzerinnen und Nutzer passiert ist, dass unser aktuelles, unser fortwährendes Nutzungsverhalten einen Einfluss auf die Weiterentwicklung der sozialen Netzwerke genommen hat, das ist uns keine bewusste Kollektiverfahrung. Ich nenne es mal so. Wir haben keine Sensoren, um das zu beschreiben, was wir mit der Technik machen. SMS ist ja auch so ein Beispiel, war ja nie als ein Kommunikationsmedium gedacht und ist von den Nutzerinnen dazu gemacht worden. Das Interessante daran ist, dass wir das immer erst hinterher reflektieren. Also jetzt, sag ich mal, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, sagen alle, wir können uns ja da gar nicht mehr raus-zurückziehen. Wer aus Facebook oder sonst wo rausgehen würde, wäre isoliert. Also man merkt erst hinterher, was man gemacht hat. Ja, das gilt aber für sehr viele Entwicklungen, dass ein bisschen auch zeitliche Distanz schon dabei hilft, eine Art Überblick zu gewinnen. Das bezieht sich ganz sicher nicht nur auf Technik. Das könnte aber auch bedeuten, dass man vielleicht offensiver kommunizieren muss, auch in der Öffentlichkeit, wie groß unsere eigene Rolle eigentlich ist dabei, dass Technik sich durchsetzt. Ja, ich würde sagen, dass einer meiner Messages, wenn man so will, in dem, was ich schreibe, genau darin auch besteht, die gesellschaftliche Rolle in der Formierung von Technik deutlich zu machen und damit zugleich auch zu zeigen, dass es immer verschiedene Optionen gibt, dass eben die Technik nicht eigengesetzlich sich fortentwickelt, sondern es immer verschiedene Szenarien und Optionen gibt, die wir wählen können und dass es deshalb sinnvoll ist, wenn wir uns dieses Spektrums an Möglichkeiten auch bewusst werden. Das fand ich nämlich eine sehr interessante Perspektive, weil für mich war gefühlt das Internet irgendwie ab einem bestimmten Punkt schon immer da und ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es auch hätte anders kommen können. Und Sie schreiben, das fand ich sehr interessant, es hätte auch anders kommen können. Das Netzwerk hätte anders aussehen können, als wir es heute erleben, zum Beispiel viel nationaler. Es hätte sich in der Hand des Staates befinden können. In Deutschland hatte zum Beispiel die Post mal überlegt, so eine Funktion zu übernehmen. Wie kam es denn dazu, dass das nicht passiert ist? Das wäre ja mal ein interessantes Szenario gewesen. Also das ist in der Szene, in der Community derer, die mit Netzwerkentwicklung, mit den Netzarchitekturen befasst sind, ist diese Zeit als die Protokollkriege, the Protocol War in Erinnerung, weil da tatsächlich zwei verschiedene Philosophien gegeneinander angetreten sind. Auf der internationalen Ebene in einer UN-Organisation, der International Telecommunication Union und in einem weiteren internationalen Standardisierungsgremium, wurde über elektronische Netzwerke tatsächlich in Anlehnung an die Telefonnetze nachgedacht. Das heißt, das Modell des Telefonnetzes, man hat ein nationales Netz und dann Übergangsstellen in andere Länder und man sichert die ab auch zum Beispiel durch Steckdosen, die nur in der einen Weise funktionieren und nicht der anderen, sodass man auch seine nationalen Hersteller hat, die für den eigenen Markt produzieren. Genau dieses Modell sollte auf elektronische Netze auch angewandt werden. Und daneben hat es eine weitere Entwicklung gewesen, das war das sogenannte Wissenschaftsnetz damals. Das ist überwiegend, aber nicht ausschließlich in den USA entwickelt worden, muss man auch sehen. Auch in Frankreich zum Beispiel und in Großbritannien hat es Leute gegeben, die über diese Art der technischen Vernetzung, wie sie das Internet kennzeichnet, nachgedacht haben. Die aber alle in ihren Ländern unterdrückt worden sind, weil da eben dieses nationale Netz entwickelt werden sollte. Das ist ein Kampf auf der internationalen und auf der nationalen Ebene gewesen. Und das erste Forschungsnetz, das wir in Deutschland bekommen haben, setzte tatsächlich auf diesem internationalen Standard X25 auf und die Anhänger dieser nationalen Vernetzung haben Anfang der 1990er Jahre noch gedacht, das Internet ist ein Spielzeug, das bald wieder verschwindet. Dazu gehörte tatsächlich auch die Bundesregierung, die dieses international abgestimmte Netz der nationalen Netze sehr stark verfochten hat. Das heißt, sie hat es also unterschätzt und dadurch konnte dann durch die Hintertür das Internet seinen Siegeszug antreten? Na, da haben verschiedene Dinge dazu beigetragen. Zum einen war das so, dass dieses Netz, das die Bundespost sozusagen verwaltet hätte, zwar auf der Ebene der Spezifikationen beschrieben war, aber es keine funktionierenden Anwendungen gab, während sowas wie E-Mail schon lief. Das hat eine große Rolle gespielt. Eine große Rolle hat auch gespielt das World Wide Web, was das Internet fassbarer gemacht hat für einen breiteren Kreis von Menschen und nicht nur die Unix Nutzer in den Informatikabteilungen an den Universitäten. Das hat auch eine große Rolle gespielt. Und ganz wichtig auch die Privatisierung der Post in allen westlichen OECD-Ländern. Dass die Post ihren Einfluss auf die Netze verloren hat und sozusagen an einen Markt übergeben hat, war ein ganz wichtiger Faktor. Würden Sie sagen, dass sich das Netz aber auch auf einen Zeitgeist draufgesetzt hat? Also man denkt ja heute so aus heutiger Sicht, naja, Bürgerbewegungen oder viele Initiative, das ist ein Ergebnis des Netzes. Das ist erst dadurch entstanden. Aber war das nicht schon vorher auch schon da? Ich habe mal geschrieben, dass ich aus meiner Sicht das Internet ein Kind der Moderne ist. Und damit meine ich, dass es eben auch durch ein bestimmtes Nutzungsverhalten geprägt worden ist. Das bestand unter anderem darin, dass das Individuum mehr Gestaltungsfreiheit haben wollte, die Obrigkeitshörigkeit erheblich nachgelassen hat und sich damit auch die öffentliche Sphäre maßgeblich verändert hat. Dass wir heute soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram nutzen, um uns öffentlich zu Wort zu melden, hat ja auch damit zu tun, dass wir a denken, wir haben was zu sagen und zweitens auch mitmischen wollen und die Politik und deren Kommentierung nicht mehr einem ausgewählten Kreis von Journalistinnen und Journalisten überlassen wollen. Insofern spiegelt das Netz eine Entwicklung, die schon vorher angesetzt hat. Sie schreiben auch, der Wertewandel, den wir seit den 60er und 70er Jahren beobachten, der hat sich in die Technik eingeschrieben. Welche Werte spiegeln sich im Internet? Also zunächst mal ist aus meiner Sicht die digitale Technik eine Art Möglichkeitsraum. Die schreibt eben nicht vor, wie wir sie nutzen, sondern sie gibt uns Möglichkeiten an die Hand. Und es ist so was wie Deregulierung, Privatisierung, aber auch so eine Kultur der Befreiung, die in den 70er Jahren Europa erfasst hat, die sich ganz stark in der Art und Weise, wie wir digitale Technik wahrnehmen und nutzen, niedergeschlagen hat. Und dazu gehört etwa so was wie eine Kultivierung individueller Freiheit, der Selbstverwirklichung. Solche Dinge haben in den 50er, 60er Jahren nicht so eine große Rolle gespielt und hätten in der Zeit auch zu einer anderen Nutzung von Technik geführt, meine ich. Inzwischen aber haben wir, habe ich so den Eindruck, alle so ein bisschen den Kater, also weil wir plötzlich mitkriegen, was für Nebenwirkungen das Netz oder dieser Möglichkeitsraum mit sich gebracht hat. Das Netz läuft, hat man ein bisschen den Eindruck aus dem Ruder mit Hate Speech, Fake News, mit dem von mir in rechter Bewegungen im Netz, mit Wahlbetrug, also alles Negative, hat man den Eindruck, spitzt sich zu. Die Möglichkeiten, die das Netz hier bietet, gefährden die Demokratie. Wie demokratisch ist das Internet? Ja, zunächst mal sollte man vielleicht aus demokratietheoretischer Sicht sagen, dass wir was gelernt haben, was uns vorher vielleicht so auch gar nicht klar sein konnte. Nämlich, dass mehr Öffentlichkeit und mehr öffentlicher Diskurs nicht immer auch zu mehr Demokratie führt. Das haben wir nämlich lange gedacht, dass Demokratie bedeutet, den Leuten Mitbestimmung zu geben und je mehr, desto besser. Heute sehen wir, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist. Ist eine Einsicht über, wenn man so will, die demokratische Mechanik, die ja nicht blöd ist zu haben. Wir lernen ja auch was über uns selbst, indem wir die digitalen Möglichkeiten für uns nutzen. Das ist als solches erst mal positiv. Aber auf der anderen Seite stimmt es schon, dass die Nutzung der digitalen Netze und das Geschäftsmodell, das hinter den sozialen Netzwerken steht, schon jede Menge Dilemmata für uns mit sich bringt. Wer ist schuld daran? Wer trägt die Verantwortung für die Probleme, dass wir es unterschätzt haben, wie Sie schon eben angedeutet haben, dass es falsch designt ist oder unpassend designt ist? Oder wir Individuen, die wir eben dann doch alle mitmachen? Also es ist sicher eine Kombination. Häufig wird ja den sozialen Netzwerken vorgeworfen, dass die Art der Inhalte, Kuratierung, die sie vornehmen, also vor allem das Populäre zu prämieren und besonders sichtbar zu machen und keinerlei journalistische Standards walten zu lassen, die Problematik, die wir im Moment im öffentlichen Raum sehen, ganz maßgeblich verstärkt hat. Manche Leute sagen sogar, verursacht hat. Zu denen gehöre ich nicht. Ich denke, dass dieser rechte Rand in den meisten europäischen Ländern immer da gewesen ist und mit den digitalen Möglichkeiten der Kommunikation hat er plötzlich eine Stimme erlangt und sehr viel größere Sichtbarkeit, als er unter den Bedingungen der klassischen Massenmedien hatte. Die Frage ist nun, wenn wir auf die Regulierung schauen, um die es ja heute ja auch gehen soll, wie reguliert man ohne diese Freiräume, die Sie auch beschrieben haben, wieder einzuschränken? Und Sie sprechen von einem neuen Öffentlichkeitsmodell, also das auch ganz viele Möglichkeiten enthält, wo sich Menschen auch neu organisieren, neue Kollektivitäten entstehen. Wie würden Sie dieses Öffentlichkeitsmodell beschreiben? Also häufig wird in dem Zusammenhang von Fragmentierung gesprochen. Das ist eine eindeutig negative Konnotation und der Hintergrund für diese Beschreibung ist, dass ja unser Demokratiemodell quasi implizit voraussetzt, dass wir uns zwar streiten, aber alle über das Gleiche streiten, dass wir alle wissen, worum es geht, um daraus dann zu Kompromissen zu gelangen, selbst wenn wir uns nicht einigen können. Und mit dem Internet und seinen verschiedenen Diensten sind jetzt sehr viele Teilöffentlichkeiten entstanden, manche auch so geschlossen, eben zum Beispiel über Messenger, dass man da von außen gar nicht reingucken kann, sodass dieser Grundgedanke oder diese Annahme, die der Demokratie zugrunde gelegt ist, gefährdet scheint. Nämlich, dass wir am Ende alle auf das Gleiche gucken. Das haben ja die Massenmedien für uns in wunderbarer Weise organisiert. Alle haben abends die gleichen Nachrichten geguckt und alle haben morgens in etwa das Gleiche gelesen. Davon kann man heute nicht mehr ausgehen, sondern wir haben es mit so differenzierten und pluralisierten Öffentlichkeiten zu tun, dass dieses Zusammenkommen und über das Gleiche Sprechen und Nachdenken zurzeit nicht mehr gewährleistet scheint. Und wir haben es noch dazu noch mit verschiedenen Organisationsformen zu tun. Wir hatten bisher Parteien, haben wir immer noch. Aber wenn sich junge Leute heute für Politik interessieren, heißt das nicht mehr, dass es eine Partei sein muss, sondern Sie nennen das sehr schön Kollektivitäten. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Es entstehen völlig neue Gebilde. Wie kann man die dann auch greifen, ist dann die Frage. Also das ist schon interessant, dass die junge Generation zwar nicht unpolitisch geworden ist, wie wir lange glauben, aber andere Formen der Organisation wählt. Wir sprechen da häufig von Netzwerken und Schwärmen und ähnlichen eher, also häufig spontan entstehenden Kollektiven, die sich dadurch auszeichnen, dass sie erstens sehr unhierarchisch sind. Häufig gibt es keine Sprecherrollen und keine festen Organisationsformen. Sie sind aber auch eher projektförmig als auf Dauer angelegt. Wenn man heute, wenn man überhaupt einer politischen Partei eintritt, dann nimmt man so eine Art kollektive Identität an und sagt, wir Sozialdemokraten oder wir Grünen. Und das entspricht den Präferenzen der Jungen eher nicht so. Die wollen ihre eigene Identität behalten. Und das politische Engagement ist Teil der eigenen individuellen Rolle und Selbstwahrnehmung. Und da ist halt das Problem erstens, dass es sehr schwierig ist, diese spontanen Organisationsformen lange aufrechtzuerhalten. Die verbrennen zum Teil einfach wieder nach einer Weile oder implodieren. Und zum anderen ist natürlich das Problem, dass die Rolle, die Parteien für uns bisher übernommen haben, nämlich verschiedene Interessen und Präferenzen zu aggregieren und zu einem Ganzen zu formen, das dann gegen das Ganze der anderen Parteien antritt, dass das soziale Bewegungen, Netzwerke und Schwärme nicht hinkriegen. Die sind in aller Regel auf ein Thema konzentriert. Große Herausforderung, wie man Politik so langfristig organisiert. Noch geht es ja an Parteien, aber die Frage ist, wie lange man das noch aufrechterhalten kann. Genauso groß wie die Herausforderung, wenn wir jetzt zur Medienregulierung kommen, die darin besteht, diese Herausforderung, dass klassische und neue soziale Medien miteinander sozusagen konvergieren. Also die verschmelzen miteinander. Wie soll man das in eine einheitliche Regulierung fassen? Also ich finde es sehr interessant, dass bei vielen Vorschlägen, von denen man heute hört, doch die Medienregulierung traditionellen Typs das Vorbild darstellt. Und da denke ich, geraten wir in Probleme. Wir sehen das auch so ein bisschen bei dem neuen Medienstaatsvertrag, der zwar das gute Prinzip der Pluralität in die Plattformregulierung einbringt, aber eigentlich nichts zu den nutzergenerierten Inhalten sagt. Und das große Neue, was wir zurzeit ja sehen, ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger selber äußern können. Und die können wir aus meiner Sicht nicht so behandeln wie Journalisten und Journalistinnen und Journalisten, weil hier ein anderes Prinzip greift. Das sind nicht professionelle Standards der Berichterstattung, die wir an nutzergenerierte Inhalte anlegen können, sondern hier muss man vom Grundrecht der Meinungsfreiheit ausgehen, das ja in unserer Verfassung zu Recht einen großen Schutz genießt. Das heißt, wir können denen nicht einfach sagen, den Nutzern, so jetzt prüfe mal deine Quellen und schreib ein Impressum unter jedem Beitrag, den du machst, sondern die Meinungsfreiheit sieht zum Beispiel auch die Anonymität des Postens vor. Und solche Prinzipien, die müssen wir berücksichtigen. Deshalb habe ich eben auch von Dilemmata gesprochen. Einerseits freuen wir uns darüber, dass sich die Anzahl derjenigen, die sich heute politisch einbringen, so erweitert hat und dass wir neue Formate des Diskurses haben. Und andererseits stellt sich die Frage, wie man das regulieren kann, wenn pro Minute hunderte Millionen von Beiträgen weltweit ins Netz hochgeladen werden und unsere ganzen klassischen Formen, institutionellen Formen der Regulierung des öffentlichen Raums gar nicht mehr greifen. Denn das Problem ist ja, dass ich persönlich privat vielleicht etwas äußere, die Wirkung aber doch eine sehr öffentliche ist. Und manchmal auch die Wirkung schon entsteht, wenn nur ein, zwei Leute was posten und man schon nur vermittelt durch die Technik, man schon sozusagen aufgeregt ist, was da jetzt wieder geschrieben wird. Ja, es ist ziemlich unvorhersehbar, welche Karriere der eigene Tweet durchmachen wird im Laufe seiner Existenz. Würden Sie sich, Amin Nassi, anschließen, dass wir deshalb einen breiteren Diskurs darüber brauchen, wie man sowas regulieren kann? Naja, dieser breitere Diskurs, den haben wir ja und der unterliegt den gleichen Problematiken wie das, was wir regulieren wollen. Nämlich, dass häufig das Strafrecht im Moment die Grenze des Sagbaren ist und nicht mehr das, was mal die Gatekeeper-Rolle der alten Medien uns vorgegeben hat. Wir haben, wenn man so will, die alten Standards des öffentlich Sagbaren mehr oder minder eingebüßt, ohne dass wir Verfahren, aber auch Normen haben, die dieser neuen Realität Rechnung tragen würden und wirksam angewandt werden können. Nun gibt es ja den Versuch, Medienstaatsvertrag, würde ich sagen, macht dann nicht allzu viel bislang, aber das NetzDG, zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass es ja 2017 geht, versucht ja da zumindest die schlimmsten Auswirkungen, Auswüchse sozusagen zu korrigieren. Wie bewerten Sie dieses Gesetz? Ist das ein Weg in die richtige Richtung? Also generell ist es natürlich gut, dass internationale Infrastrukturen, so nenne ich sie mal, Plattformen, sind ja letztlich Infrastrukturen, dass die alle eine Postadresse hier haben müssen, dass man die ansprechen kann und dass wir sie auch rechenschaftspflichtig machen für die Gesetzesverstöße, die in ihrem Territorium stattfinden. Das, denke ich, ist generell gut. Aber es gibt auch hier Dilemmata, die man nicht übersehen kann. Das Wichtigste ist vielleicht, das hat die holländische Kollegin Nathalie Hellberger ganz gut auf den Punkt gebracht, Wir wollen einerseits mit unserer nationalen und europäischen Gesetzgebung die Macht der Plattformen eingrenzen, aber in dem Moment, wo wir sie zur Durchsetzung unserer Gesetze heranziehen und ihnen auferlegen, unsere Gesetze im Netz zur Durchsetzung zu verhelfen, erhöhen wir gewissermaßen ihre Macht, weil sie jetzt auch noch Korregulierung mit uns betreiben. Das bringt uns zu dem Thema unseres oder zu dem Titel unserer heutigen Tagung zwischen Governance und Government. Die Idee könnte ja sein, es dahin zu entwickeln, zu einer Mischung aus staatlicher Regulierung und Selbstregulierung, dass man also da sozusagen miteinander vorgeht. Vielleicht zunächst aber doch noch mal kurz zum Begriff Governance. Was bedeutet das eigentlich und wie ist das entstanden? Klingt ja so ähnlich wie Government, ist es aber nicht, ist ein anderer Begriff. Also im Grunde ist das ein Import aus der englischen Sprache. Vor allen Dingen in den USA hat dieser Begriff schon eine ganz lange Karriere und der bedeutet recht unterschiedliche Dinge. Wir sprechen zum Beispiel von Corporate Governance, dann meinen wir, wie Unternehmen ihr Innenleben organisieren. Wenn wir Governance im politischen Raum vor allen Dingen im Hinblick auf Regulierung verwenden, dann tragen wir den Umstand Rechnung, auf den wir vorhin auch schon kurz eingegangen sind, nämlich, dass wir seit den 70er Jahren viele vormals staatlich administrierte Bereiche privatisiert haben und sich damit die Frage der Regelsetzung in gewissen Märkten oder Bereichen wie Infrastruktur neu gestellt hat. Und Governance im Unterschied zu Government meint, dass offen ist, wer genau die Hosen anhat, wenn man so will, wer die Regeln setzt und welche Instrumente hierbei zum Einsatz kommen. Governance bedeutet flapsig formuliert Regelsetzung, aber lässt offen, ob das der Staat macht oder ob das Private machen in Selbstregulierung. Könnte das aber so ein Königweg sein für die Regulierung von Plattformen, also Governance, dass der Staat, sagen wir mal, einen Rahmen setzt, vielleicht ein bisschen einen anderen als das NetzDG oder das noch ein bisschen weiterentwickelt und die Plattformen dann aus sich heraus sozusagen Mechanismen schaffen, mit denen sie diesen Rahmen herstellen können oder ausfüllen können? Also ich würde mal allgemeiner anfangen und sagen, wir haben in der Regulierung zwei Vorgehensweisen. Das eine ist, wir machen klare Verbots- oder Gebotsregeln oder wir setzen auf Verfahren. Und in der ganzen Medienregulierung spielen Verfahren eine große Rolle. Auch unsere großen öffentlichen Fernsehsender haben sich Gremien geschaffen, die gesellschaftliche Kräfte integrieren, die den großen Rahmen für das Gebaren der Sender festlegen. Und was Ähnliches sollten wir vielleicht für Plattformen auch überlegen, nach diesem Vorbild, mit dem wir ja eigentlich ganz zufrieden sind, erst mal zumindest auf Verfahren zu setzen, weil die positiven Regeln, die wir uns geben wollen, angesichts dieser großen Dynamik, durch die wir zurzeit gehen in der Plattformentwicklung, nicht gut absehen können. Wir können nicht gut absehen, welche vielleicht auch unerwünschten Folgen Regeln haben. Und deshalb sind Verfahren, nämlich das Schaffen von Gremien, die zusammen mit den Plattformen über allgemeine Regeln debattieren und da auch ein gewisses Mitspracherecht haben, sind solche Verfahren vielleicht der goldene Weg. Wie stellt man da die Balance her? Einerseits haben Sie gesagt, es kann nicht sein, dass ein privater Anbieter Inhalte reguliert, sozusagen. Und andererseits wäre es aber doch wünschenswert, wenn eben die Unternehmen selber Verfahren schaffen, in denen sie sich selbst regulieren. Wie kriegt man sozusagen diesen Widerspruch gelöst? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die sozialen Netzwerke im Wesentlichen unsere öffentliche Sphäre heute bestimmen in ihrer Struktur, auch in ihren Dynamiken, was sichtbar ist und was nicht, dann gibt es schon ein legitimes Interesse der Öffentlichkeit, darauf einen Einfluss zu nehmen und nicht nur die Regeln zu kennen, nach denen Plattformen kuratieren, sondern auch zu sagen, hier deine Community Standards sind mir zu eng, die schränken mein Recht auf öffentliche Meinungsäußerung unverhältnismäßig ein und ich möchte gerne, dass ihr die weiter fasst. Diese Art von Intervention einer Gesellschaft im Hinblick auf Plattformen finde ich legitim. Insofern würde ich persönlich sagen, würde ich mir ein Verfahren wünschen, das gesellschaftliche Kräfte mit einbezieht, weil es eben um dieses wichtige demokratische Gut der öffentlichen Sphäre geht. Und der Umstand, dass es sich hier um private Plattformen handelt, ist nicht hinreichend zu sagen, dann können die auch alleine bestimmen, was sagbar ist und was nicht und was sichtbar ist und was nicht. Das heißt, Sie müssten, ist ja zum Teil auch schon in der Mache, entsteht ja gerade, auch bei Facebook zum Beispiel mit dem Oversight Board, Sie müssten Institutionen innerhalb Ihrer Unternehmen schaffen, in denen Sie solche Fragen auch transparent nach außen diskutieren. Ob innerhalb oder nicht, das ist irgendwie eine Architekturfrage, wenn man so will, wie man sowas baut. Man könnte auch überlegen, dass man Gremien schafft, die nicht nur einzelne Plattformen, sondern alle Plattformen ab einer gewissen Größe und Bedeutung einschließt. Das ist irgendwie zu überlegen. Aber generell fände ich die richtige Marschrichtung zu Gremien, die gesellschaftliche Kräfte mit einschließen, auch um zu verhindern, dass der Staat eine zu wichtige Rolle in der Medienregulierung bekommt. Wir haben ja in der Bundesrepublik eine lange Tradition der staatsfernen Medienregulierung. Und wenn man den öffentlichen Raum in Deutschland anguckt im Vergleich zu anderen Ländern, wie sagen wir Großbritannien oder Italien, Ungarn, Polen, sind wir damit sehr gut gefahren. In diesem Zusammenhang finde ich interessant, dass, wie ich hörte, sich gerade autoritär regierte Länder für unser Netz-DG interessieren. Also da scheint offenbar ja doch auch ein sehr autoritärer Aspekt mit drin zu sein. Ja, es hat ja auch sehr viel Kritik am Netz-DG gegeben. Nicht zuletzt, dass Möglichkeiten fehlen, mit denen man sich gegen Löschungen der eigenen Inhalte wirksam zuwehrsetzen kann und ähnliche Dinge. Da wird ja jetzt auch zum Glück nachgebessert. Und tatsächlich ist eine der Kritik auch aus den USA gewesen, dass Russland sofort beschlossen hat, dieses Gesetz zu übernehmen. Bevor ich zu meiner Schlussfrage komme, die ich allen stelle, noch eine Frage zuvor. Wer soll die Werte oder die Referenzen bestimmen, wonach solche Gremien entscheiden, welche Inhalte erwünscht sind oder nicht? Man braucht ja ein Wertesystem, an das ich mich ausrichten kann, was jetzt richtig und falsch ist. Ich glaube, für uns, und das unterscheidet sich nicht von traditioneller Medienregulierung, ist Pluralität und nicht Diskriminierung. Das sind die grundlegenden Werte, die auch das Kuratieren von nutzergenerierten Inhalten anleiten sollten. Und nicht nur Popularität von Beiträgen. So, jetzt die Abschlussfrage. Ich habe es ja vorhin schon, Herr Nassi, gestellt, hier in Zeiten der Pandemie, wo Gesetze sehr schnell beschlossen werden. Und viele sagen, wir können doch auch mal zeigen, wie schnell es auch gehen kann. Wir müssen nicht alles endlos diskutieren. Gibt es den Ruf, das als Blaupause zu nehmen, vielleicht für andere Gesetze? Wie würden Sie das bewerten? Könnten das Vorbilder sein? Also ich würde mich da, Armin Nassi, anschließen. Ich glaube nicht, dass Schnelligkeit per se die Güte von Politik ausmacht. Eher im Gegenteil. Vor allen Dingen, wenn es um so komplexe Angelegenheiten wie Medienregulierung in Zeiten nutzergenerierter Inhalte und globaler Plattformen geht, da muss man schon sehr genau aufpassen, was man macht und abwägen. Ich denke auch, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz daran gelitten hat, darunter gelitten hat, dass es so schnell verabschiedet worden ist. Janett Hofmann, Professorin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke schön. Ich danke auch. Danke, dass Sie hier waren. So, und jetzt geht es gleich weiter mit unserer Diskussionsrunde. Wir werden das runterbrechen auf konkrete Beispiele der Medienregulierung. Wir haben eine fünfminütige Pause jetzt, damit sich alle einwählen können und kurz einen Kaffee holen können und dann geht es weiter mit der Diskussion. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Sie verantworten. Vielen Dank. Frau Strupp, Frau Strupp, Sie Schön, dass Sie da sind. Dann herzlich willkommen Marie-Theresa Weber. Sie ist Public Policy Manager bei Facebook und verantwortet im Team die Themen Medienpolitik und Medienregulierung. Herzlich willkommen, Frau Weber. Hallo. Dann Dr. Marc-Jan Eumann ist bei uns, der hier in Doppelfunktion sitzt. Das werden wir nachher vielleicht auch nochmal speziell immer konkret ansprechen. Er ist Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz, der KJM, hier für die Medienaufsicht und für die Länder sitzt er sozusagen hier. Hallo, Herr Eumann. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Dr. Stefan Dreyer. Er ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung und hier quasi als Vertreter der Wissenschaft bei uns. Herzlich willkommen, Herr Dreyer. Hallo. Und geplant war natürlich auch, dass wir einen Vertreter des Bundes in dieser Diskussionsrunde haben. Und ich muss sagen, dass das leider aus terminlichen Gründen nicht möglich gewesen ist. Wie gut funktioniert Regulierung aktuell? Welche Modelle haben die Anbieter erarbeitet? Und wie sollte gute Regulierung für die Zukunft aussehen? Brauchen wir mehr Staat oder eine Stärkung der Selbstkontrollen? Diese drei Schwerpunkte würde ich jetzt in der kommenden Stunde mit Ihnen vieren diskutieren wollen. Und ich beginne mit dem Blick auf aktuelle Regulierungen. Inhalte Regulierung ist ja ein Riesenthema. Wir haben mehrere Gesetze, die dafür geschaffen worden sind. Das schon erwähnte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, so will ich es jetzt auch nennen, ist etwas kürzer. Das gibt es seit 2017 und das reagiert auf Phänomene wie Hate Speech oder Fake News im Internet. Dann haben wir das Jugendschutzgesetz des Bundes und den Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Länder. Die beiden Gesetze haben eine etwas längere Historie. Bevor wir ins Detail gehen, erstmal generell an Sie gefragt, Herr Dreyer. Man hat den Eindruck, der Staat rückt mit Gesetzen bzw. Gesetzesnovellen ein wenig ab von dem partizipativen Modell hin zu einer Top-Down-Regulierung. Man hat so ein bisschen das Gefühl, der starke Staat kehrt zurück. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Hat der Staat hier die richtigen Antworten gefunden? Ich würde sagen, der Staat ist noch, oder die Staaten, muss man ja sagen, sind hier noch auf der Suche nach richtigen Antworten. Und was wir derzeit sehen, ist ein Experimentiervorstoß auf verschiedenen Ebenen, wo man versucht, wieder mit mehr staatlicher Intervention gesetzliche Regelungsziele durchzusetzen, wo man in den letzten Jahren mit anderen Maßnahmen versucht hat, Erfolge zu erzielen. Und das ist mehr oder weniger gut gelungen. Und dort, wo der Staat oder die Politik das Gefühl hat, dass das Ziel dort schlecht erreichbar ist oder Defizite aufweist, dass dort jetzt diese Gesetzesvorstöße zu beobachten sind. Und das betrifft nicht nur Bund und Länder in Deutschland, sondern wir sehen das auch ganz klar auf der EU-Ebene. Wobei ich bei allen dreien Akteuren unterscheiden würde zwischen Gesetzen, die versuchen, Individualinteressen durchzusetzen und solchen, die eher versuchen, gesellschaftliche Positionen, Prinzipien oder Rechte durchzusetzen. Wenn wir gleich mal runterbrechen, aber könnte man schon sagen, dass es so eine Gegenbewegung ist zu der Tatsache, dass eben öffentliche Räume zunehmend privatisiert werden? Ich glaube, diese Privatisierung ist eher eine Folge der letzten 25, 30 Jahre im Bereich der Digitalpolitik, wo man versucht hatte, Innovationen vor allen Dingen zu ermöglichen, um zu schauen, wie Märkte entstehen, wie auch Monetarisierung dort funktioniert, ohne dass man gleich in die Grundrechte der Anbieter, der Unternehmen und auch vielleicht der Nutzerinnen und Nutzer eingreifen wollte. Also man wartete ab, hat jetzt festgestellt, dass es mit bestimmten Regelungsansätzen eher schlecht funktioniert und versucht jetzt wieder mit dem Heavy Stick in the Background, wie es so schön heißt, dort durchzuregulieren. Ich glaube, in diesem Zeitpunkt befinden wir uns gerade in dieser Gegenbewegung. Brechen wir es mal auf einzelne Beispiele runter. Das NetzDG soll seit 2017 Hate Speech und Fake News im Internet bekämpfen. Inzwischen ist es auch evaluiert worden. Es gibt auch schon zwei Änderungsgesetze, die noch nicht verabschiedet worden sind, aber auch in Kürze folgen sollen. Ich möchte mal in die Runde fragen. Vielleicht beginne ich bei Ihnen, Herr Eumann. Wie bewerten Sie das NetzDG? Wie wirkt dieses Gesetz? Kann man zufrieden sein? Also jetzt erst mal herzlichen Dank in die Runde. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich ziehe jetzt mal kurz den Hut des Direktors einer Medienanstalt auf und nicht den Hut des KM-Vorsitzenden. Tatsächlich kann ich bei der Eintritt des NetzDGs unmittelbar anknüpfen an das, was Frau Hoffmann gesagt hat. Ich glaube, wenn man sich nochmal den Kontext anschaut, das NetzDG ist sozusagen in den letzten Monaten vor der jüngsten Bundestagswahl, also im Verlauf 2017 entstanden. Und wenn Sie sich allein die Stellungnahme der Länder zum NetzDG anschauen, umfasst die, wenn ich mich richtig erinnere, 17 Seiten, doch mit erheblichen, sagen, Bedenken. Und deswegen ja jetzt auch die Nachbesserung und sicherlich auch mit Blick auf das NetzDG auch die Frage, ist das, was da passiert ist, gerade wirksam? Denn die Bilanz des NetzDG bis hierhin ist, glaube ich, eine überschaubare. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann gibt es sozusagen einen Evolutionsbericht aus dem Sommer 2020, dass weniger als 1500 Verfahren sozusagen eingeleitet worden sind. Davon sind fast die Hälfte eingestellt worden. Und ich glaube, zu diesem Stichtag August, September 2020 reden wir über einen Fall, der noch nicht rechtskräftig ist. Das bricht das ein bisschen runter. Es soll sagen, nicht die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Bundesamt für Justiz, die das tun, relativieren. Aber wenn ich sozusagen die Generalkritik der Länder beziehungsweise der Landesmedienanstalten auf das NetzDG nehme, dann ist das eine Thema sicherlich sehr schnell gemacht. Und komplexe Sachverhalte brauchen ein bisschen mehr Zeit. Also da bin ich unmittelbar bei Frau Hoffmann. Und das Zweite, das zieht sich leider durch die ganze Gesetzgebung des Bundes. Ich bin auch sicher, dass Herr Dreyer das ähnlich sieht, dass die Frage, wie sind eigentlich die Entscheidungsinstanzen zusammengesetzt? Sind sie plural, sind sie staatsfern organisiert oder eben nicht? Und sowohl beim NetzDG mit dem Bundesamt für Justiz als auch bei der vorgelegten Just-Novelle mit der geplanten Bundeszentrale sind sozusagen Instanzen geplant oder in Anspruch genommen worden, die eben keine staatsferne Bewertung von bestimmten Inhalten sicherstellen. Und das empfinden wir als einen Verstoß gegen die AVMD Artikel 30.1, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema. Auch da hat Frau Hoffmann einen wichtigen Hinweis gegeben. Wir sind bis jetzt sehr gut damit gefahren, dass wir unsere Medienaufsicht tatsächlich staatsfern organisiert haben. Im öffentlich-rechtlichen System, durch die Binnenpluralität, im privaten System, durch die Außenpluralität der gesellschaftlichen Gremien, der Landesmedienanstalten. Ich würde Herrn Dreyer auch gleich die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren, will aber vorerst erst mal Frau Weber fragen. Sie sind ja auch unmittelbar betroffen. Also Facebook ist unmittelbar betroffen. Wie haben Sie das NetzDG bisher erlebt und die Wirkung des Gesetzes? Ja, hallo. Auch erst mal von meiner Seite einen herzlichen Dank für die Einladung heute. Und gerne erzähle ich auch ein bisschen, wie wir das NetzDG umgesetzt haben und wie wir das Gesetz erleben. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns gegen das NetzDG ausgesprochen haben. Soll nicht bedeuten, dass wir Regulierung auch im Bereich Content generell ablehnen, aber wir halten das NetzDG nicht für das richtige Werkzeug hier. Wie haben wir es umgesetzt? Sie haben rein praktisch gefragt, welche Erfahrungen haben wir damit? Es ist ja im Gesetzgebungsverfahren damals sehr stark kritisiert worden, dass das NetzDG eben mit sehr unklaren Rechtsbegriffen hantiert. Und also nicht unbedingt sehr klar ist. Und es hat sich ja dann auch gezeigt in der Wahrnehmung, wir sind viele dafür beispielsweise kritisiert worden, wie wir es jetzt umgesetzt haben. Klar ist, alle drei großen Unternehmen, also Google, Facebook und auch Twitter, haben das NetzDG umgesetzt. Und alle haben es ein bisschen anders umgesetzt. Ganz einfach, weil das NetzDG sehr offen formuliert ist. Wir werden unser Formular umstellen. Jetzt sind wir gerade dabei, das auszuräumen. Wir haben das getestet, sodass es in Zukunft auch noch prominenter am Inhalt platziert sein wird. Generell kann man sagen, die Erfahrung ist die, dass es einfach unheimlich schwierig ist, die Inhalte vernünftig rechtlich einzuschätzen. Das ist gerade im Bereich Beleidigung oder Verleumdung der Fall. Wir haben ja im Gegensatz zu Richtern oder Staatsanwälten keine Ermittlungskompetenzen. Wir müssen diese Fälle auch prüfen, wenn nicht das Opfer sich bei uns meldet, sondern irgendjemand. Und das ist nicht immer so einfach. Ein perfektes Beispiel dafür, wie schwierig das ist, gerade diese Delikte, die sich ja auf dieser Schnittstelle Meinungsfreiheit auf der einen Seite und verbotene Rede auf der anderen Seite bewegen, ist ja der Fall von Renate Künast, die ja vor Gericht gegangen ist. Da ging es um, ich glaube, zwölf verschiedene Posts, die sie eben angegriffen haben. Und in drei unterschiedlichen Entscheidungen ist das Gericht jedes Mal zu einer anderen Einschätzung hinsichtlich dieser Inhalte gelangt. Und das ist, wie wir finden, zeigt eben doch sehr deutlich, dass es nicht so einfach ist, das einzuschätzen. Wir geben uns da große Mühe. Wir haben da ein großes Team, was diese Inhalte prüft. Wir prüfen die juristisch. Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, geben wir das auch noch an eine externe Kanzlei und jetzt seit kurzem auch an die FSM. Wir haben ja gemeinsam mit YouTube jetzt auch die Selbstregulierung begonnen in diesem Fall. Das heißt, schwierige Fälle können wir jetzt dann auch an die FSM senden. Frau Weber, wie hat es die Praxis verändert, das Netz der GEC? Würden Sie sagen, dass Sie viel mehr Meldungen bekommen haben als vielleicht vorher? Nein, wir haben ja vorher auch sehr viele Meldungen bekommen. Und das sieht man ja auch an unseren Gemeinschaftsstandards Enforcement Reports. Wir sind ja sehr transparent darüber. Mittlerweile kann man viermal im Jahr nachlesen, wie viele Meldungen wir bekommen weltweit. Und das sind unheimlich viele. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass wir intern auch ganz stark darauf setzen, Inhalte proaktiv zu finden, also möglichst zu finden, bevor überhaupt eine Nutzer in diese Inhalte angucken kann und dann melden kann. Wir finden selber inzwischen 95 Prozent der Hassrede-Inhalte proaktiv durch den Einsatz von Technologien, bevor eine Nutzerin oder ein Nutzer diese überhaupt an uns meldet. Das ist natürlich ein System, was das Netz DG so nicht vorsieht, was wir freiwillig machen. Also ich glaube, dass insgesamt die Anstrengungen in der Bekämpfung zum Beispiel von Hassrede oder auch von anderen Inhalten sehr effektiv inzwischen gestaltet sind bei Facebook. Das geht alles sehr schnell. Wir nehmen immer mehr Inhalte runter. Man kann auch nachlesen beispielsweise, wie viele Inhalte wieder hochladen, weil wir einen Fehler gemacht haben, weil wir ein Qualitätsmanagement haben, wo eben diese Fälle dann auch auffallen. Das Netz DG hat, glaube ich, in der Gesamtkonstellation, wie viel nehmen wir insgesamt runter, nicht so viel geändert. Herr Dreyer, an Sie als Wissenschaftler gefragt. Sie sind nun gar nicht betroffen davon, höchstens als Staatsbürger sozusagen. Was würden Sie sagen, wirkt dieses Gesetz oder wenn ja, wie wirkt dieses Gesetz? Kann man das überhaupt einschätzen? Also das Netz DG halte ich für einen äußerst ambivalenten Versuch der sozialen Netzwerkregulierung, weil es materiell gar nicht viel enthält, sondern es hat im Prinzip konkretisiert, was eine Unverzüglichkeit ist, wenn ein Netzwerkanbieter einen bedenklichen Inhalt findet, weil er nämlich ab dann haftet. Und da stoßen zwei Paradigmen aufeinander, die wenig kompatibel sind, nämlich zum einen das Haftungsprivileg dieser Plattform. Das heißt, was ich nicht kenne, dafür hafte ich nicht. Das ist im Prinzip der Anreiz zum Wegschauen. Und das Netz DG, das sagt, sobald du Kenntnis hast, musst du innerhalb von 24 Stunden oder in Zweifelsfällen von sieben Tagen diesen Post löschen. Und das ist schwierig, weil es nämlich, wie wir gerade gehört haben, einen Anreiz dazu setzt, eher zu löschen im Zweifelsfall, beziehungsweise proaktive Verfahren einzuführen, die auch skalierbar sind. Das Netz DG ist nicht skalierbar, sondern es geht von Einzelfallentscheidung aus, was schwierig ist, wenn man pro Tag irgendwie 50 Millionen Einzelpostings auswerten soll. Also das funktioniert nicht von der Logik. Und ich glaube, das Problem, was da drunter liegt, ist das, was die Regulierungswissenschaft Regulatory Toolbox nennt, also die Möglichkeit von Gesetzgebern, aus einer großen Bandbreite ganz unterschiedlicher Steuerungsmöglichkeiten auszuwählen. Und da gibt es lange viel Erfahrung mit, wenn es darum geht, welchen Regelungsbereich habe ich hier eigentlich, um welche Rechtsposition oder Schutzziele geht es, welche Regelungsinstrumente stehen mir zur Verfügung oder welche möchte ich wählen? Und das Dritte ist, welche Governance-Struktur brauche ich dann dafür, damit diese Regelungsinstrumente funktionieren? Und diese drei Teile, diese drei Dimensionen, müssen sozusagen in Einklang gebracht werden durch den Gesetzgeber. Und das klappt selten, muss man sagen, weil im Zweifel im politischen Diskurs an einer dieser drei Dimensionen wiederum gewerkelt wird. Meistens muss man sagen, an den Instrumenten und an den Governance-Strukturen. Und das Netz DG ist so ein Beispiel dafür, dass dort ein Regelungsinstrument gewählt wurde, was mit der derzeitigen Governance-Struktur jedenfalls kaum kompatibel ist. Weil hier ist nämlich um, ich sage mal, große Mengen an Einzelfallentscheidungen haben, die hier aber einer Aufsichtsbehörde unterstehen, die im Prinzip aus jedem Fall ein Verwaltungsverfahren machen muss. Das BAJ kann da nichts für sozusagen, sondern das ist Verwaltungsrecht. Deswegen glaube ich, ist das Gesetz, wenn es um die Regulatory Toolbox geht und die Entscheidungen, die da getroffen sind, nicht optimal gelaufen. Und es ist jetzt positiv evaluiert worden. Das nehmen wir zur Kenntnis, auch in der Wissenschaft. Wir müssen allerdings sagen, dass insbesondere der Abschnitt dazu, der fragt, ob es möglicherweise Overblocking gibt, also ein Überanreiz zur Löschung, dass der Absatz dazu nur sagt, dass man dazu nichts weiß. Und deswegen ist das Gesetz gut. Und das sieht die Wissenschaft anders. Wenn ich nichts weiß, dann kann ich auch etwas nicht bewerten, sondern dann muss ich Kenntnis mir darüber verschaffen, ob es möglicherweise negative Nebeneffekte gibt. Und das ist hier unterblieben. Und das ist ein Vorwurf, der im Raum steht. Wir werden auch noch darüber reden, wie man grundsätzlich so etwas besser regulieren kann, Gesetze im digitalen Raum. Zunächst noch mal an Sie, Frau Struppler, gefragt. Sie sind als Discovery jetzt nicht direkt betroffen davon, aber natürlich auch als Staatsbürgerin und als Juristin haben Sie auch einen Blick auf dieses Gesetz. Wie ist Ihre Bewertung? Also grundsätzlich sind wir, also auch erst mal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und grundsätzlich ist für uns das Netz DG nicht im Fokus, weil wir unsere Inhalte als TV-Sender und auch als Plattform für den Eurosport-Player oder was wir mit unserem Joint Venture Join machen, ja, vorher kuratieren und deswegen eigentlich einen sehr guten Überblick haben, was auf den Plattformen stattfindet. Ich würde mich da allerdings auch dem Herrn Dreyer anschließen, dass es natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man aus die Regulierung praktisch in der Form gestaltet, dass man dann sagt, man macht aus jedem Thema ein Verwaltungsakt, aber die Gefahr besteht, dass dann eben vorschnell von Seiten des Anbieters gelöscht wird. Das sehe ich schon tatsächlich als relativ großes Problem. Und wenn man sich so den Schutz der Meinungsfreiheit in Osteuropa anguckt, was jetzt gerade in Polen passiert in Bezug auf die Art und Weise, wie man Pressefreiheit dann wieder von staatlicher Stelle einschränkt, muss man einfach sagen, dass die Gefahr einfach besteht, dass es dann das Gesetz von Plattformen, aber im schlimmsten Fall auch von der Regierung möglicherweise anders angewendet wird. Das ist jetzt aber natürlich in erster Linie auch meine Meinung als Staatsbürger. Frau Weber, kurz noch zum Änderungsgesetz. Es wird zwei Änderungsgesetze geben. Die sind schon existent, aber noch nicht verabschiedet. Erhoffen Sie sich Besserungen oder was erhoffen Sie sich davon? Nein, kann man sagen. Es ist ja vorhin schon angesprochen worden, das NetzDG sollte evaluiert werden. Das stand so im Ursprungsgesetz auch drin. Das ist auch passiert. Wir sind also angeschrieben worden, auch mit dem Fragenkatalog haben wir uns da auch eingebracht. Aber bevor der Bericht, was bei dieser Evaluierung eigentlich rausgekommen ist, dann das Licht der Öffentlichkeit erblickte, vorher schon waren beide Gesetzesentwürfe da. Das ist aus unserer Sicht nicht so, wie es laufen sollte. Wir hatten auch ganz konkret Verbesserungsvorschläge, die nicht nur hießen, schafft bitte das NetzDG ab oder so. Da bringen wir uns schon konstruktiver ein. Und ich glaube, das haben andere Unternehmen und auch Verbände genauso gemacht. Also es ist ein bisschen schade, dass einige Chancen verpasst worden sind. Generell ist fraglich, warum man dieses Gesetzespaket, was jetzt da diskutiert wird, aktuell in zwei Gesetze packen musste. Aus unserer Sicht hat man fast, kann man sagen, wieder den gleichen Fehler gemacht wie beim Ursprungsgesetz. Es sollte unheimlich schnell gehen. Man wollte das ganz schnell durchhaben. Aber es ist einfach ein Thema, was unheimlich komplex ist. Und bei dem ersten der beiden Entwürfe, das ist das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, da sind wir ganz klar mit der Zielsetzung absolut einverstanden. Es geht ja hier darum, dass man eben diesen Bereich Rechtsextremismus auch online stark bekämpfen möchte, da einen starken Fokus drauf setzt und auch die Strafverfolgung stärkt. Und auch heute kooperieren wir schon in einem großen Stil mit der Strafverfolgung, aber das muss eben gewissen Regeln unterliegen. Und da muss es auch ein paar Schutzmechanismen geben. Und dieser Entwurf hat diese Schutzmechanismen, auch der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, um wie es ja hier geht, eben so nicht angemessen berücksichtigt, sodass auch der Bundespräsident im Sommer dann gesagt hat, er unterzeichnet dieses Gesetz nicht, obwohl es schon verabschiedet war vom Bundestag, aus verfassungsrechtlichen Bedenken heraus. Gerade wird das korrigiert. Und das andere Gesetz ist immer noch nicht ganz beschlossen, obwohl es eigentlich auch im Sommer schon durch sein sollte. Und ich glaube, bei einem so komplexen Thema wäre es besser, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen, die Sachen in Ruhe anzugucken und dann in einem Gesamtkonzept zu schauen, dass das passt. Und jetzt überschneidet es sich ja dann auch mit dem DSA auf EU-Ebene. Das ist ja auch ungünstig. Wir erwarten jetzt das, was die EU hier uns vorschlagen wird. Und gleichzeitig prescht eben Deutschland mit diesen Regulierungsvorhaben hervor, die ja nicht wirklich dazu passen, was die EU sich als Rahmenregelwerk hier ausdenkt. Und wir würden uns schon wünschen, dass es einen gemeinsamen Rahmen für Europa gibt. Also eine Erkenntnis des heutigen Tages lautet auf jeden Fall, Schnelligkeit ist nicht das probate Mittel, wenn es darum geht, Gesetze in der Medienregulierung zu erlassen. Aber unser Thema ist ja Governance versus Government oder ich würde es anders sagen, Top-Down versus Selbstregulierung. Und würde gerne eben darauf schauen, wie man es denn besser machen könnte, Markian Eumann. Wenn jetzt zwei Änderungsgesetze kommen, könnte man hoffen, es wird besser, wird es möglicherweise nicht. Aber was wäre denn ein guter Umgang damit, solche Netzwerke wie Facebook oder so zu regulieren? Das kam ja schon häufiger. Das ist schon auch eine 1-Million-Dollar-Frage. Wollte ich gerade sagen, eine 1-Million-Dollar-Frage. Aber wir sind ja sozusagen gebeten, auch zu versuchen, den Praxisbezug herzustellen. Und dann will ich sozusagen eine Reminiscenz an die beiden Einlader aussprechen, nämlich die beiden freiwilligen Selbstkontrollen. Und bin auch sehr gespannt zu sagen, wie das dann bewertet wird. Aber der JMSDV hat ja dieses, Herr Drexler hat es ganz zu Beginn ja auch erwähnt, dieses System der korregulierten Selbstregulierung implementiert. Auch sicherlich, ich sage, lernend. Aber ganz sicher kann man festhalten, dass mit der Novelle 2016, da ging es darum, unter anderem darum, die Einführung von Eignungsbeurteilungen für geschlossene Systeme zu implementieren. Und das in diesem Zusammenspiel zwischen Kommission für Jugendmedienschutz und den Selbstkontrollen, dass wir darüber tatsächlich jetzt eine Art, vielleicht ist das Erfolgsmodell ein zu großer Begriff, aber doch etwas erzielt haben durch dieses System, von dem man sicherlich 2016 noch nicht so überzeugt hätte sein können. Nämlich, dass wir seitdem eine Vielzahl von Systemen als geeignet beurteilt haben, auch von Anbietern, die tatsächlich nicht gezwungen sind, die Dinge der KM zu zeigen. Also ich nenne Netflix, Tifa Now, Nintendo, Amazon Prime, um sozusagen mal auch ein paar große Player zu nennen. Und auch dann in diesem besonderen Bereich AVS spielt ja auch noch mal jetzt im Zuge der AVMD-Debatte und Medienstaatsvertragsdebatte eine Rolle. Auch in den Altersverifizierungssystemen hat die KM mittlerweile eine Vielzahl von Systemen positiv bewertet. Allein in diesem Jahr 11. und das alles sozusagen findet statt, ohne dass die Anbieter sozusagen tatsächlich gezwungen werden, aber immer mehr erkennen, dass es auch sozusagen in ihrem Geschäftsmodell, und da gehört ja auch sozusagen die Freiheit des Anbieters dazu, Dinge für potenzielle Kundinnen und Kunden zu entwickeln, zu ihrem Geschäftsmodell, zu sagen, ich biete dir einigermaßen verlässliche Instrumente an, dass du die Inhalte unterschiedlich aussteuern kannst, sie mit unterschiedlichen Schranken hinterlegen kannst, mit unterschiedlichen Zugangsberechtigungen. Und daraus entwickelt sich tatsächlich auch europäisch und international etwas, was auf der einen Seite komplex anmutet, aber jetzt auch nicht so hyperkompliziert ist, dass es offensichtlich zu viele abschreckt. Sonst wären wir nicht bei der Zahl, die ich auch in diesem Jahr genannt habe. Und es sind sozusagen noch zwei, drei, wie ich aus unserer AG-Technik oder Jugendmedien-Schutz weiß, in der Pipeline, das heißt, there's more to come. Und dieses System kombiniert auch als eine Art Best Practice, wie es denn gehen kann, kann sozusagen auch eine Strahlkraft entfalten, wie ja auch das System der Kohle- und Selbstregierung, wenigstens teilweise auch in die europäische Regulierung, Stichwort noch mal AVMD, Eingang gefunden hat. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, warum sollte man eigentlich hier nicht so sagen, noch stärker beispielsweise über Anreize, die wir bislang eigentlich so sagen nichts haben, außer dass wir, sagen, eine durch die KWDM, eine positive Verwertung aussprechen. Das kann man sicherlich aus Sicht des Gesetzgebers noch stimulieren. Und das sind die Gespräche, die wir auch gerade mit dem Gesetzgeber, in unserem Fall adressiert, an die Länder führen. Ob man auch hier, sagen, auch für die freiwilligen Selbstkontrollen und für die KWDM und damit für potenzielle Anbieterinnen und Anbieter noch attraktivere Instrumente machen kann. Das scheint mir ein Weg zu sein. Aber auch das, glaube ich, ist eine Erkenntnis. Es gibt in dieser, wir haben ja auch, sagen, vorher schon viel davon gehört, in dieser sich fragmentierenden Medienlandschaft nicht mehr, sagen wir, die Idee, dass da one size fits all funktioniert. Das war ein bisschen, sagen wir, noch die Illusion aus dem Anfang der 2000er. Und heute geht es tatsächlich, wenn ich es noch einmal sagen, für mich zusammenfassen kann, darum, dass wir natürlich alles dafür tun, Nutzerinnen und Nutzer stark zu machen, sich gut auszukennen. Im Verhältnis zwischen Kindern und Jugendlichen zu ihren Erziehungsberechtigten. Erziehungsberechtigter haben eine große Verantwortung, was das Nutzungsverhalten ihrer vor allem Kinder anbelangt. Und dann gibt es die Anbieterverantwortung. Und es gibt selbstverständlich auch noch die Verantwortung des Gesetzgebers, das heißt, des demokratisch legitimierten Akteurs, dann auch Regelungen zu schaffen. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Ich bin neugierig, wie Sie jetzt sagen, weniger ein Thema für die Vertreter der Anbieter, aber für den Dreier. Ich finde, wir müssen auch ein bisschen offener sein und die Dinge ausprobieren. Also das ist ja sozusagen ein neues Feld. Und Regulierung zeichnet sich, wenn Sie aus meiner Sicht, wir haben heute schon mal den Begriff intelligenter gehört, also eine Intelligenzregulierung zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie auch noch mal sich zurücknimmt und sagt, habe ich eigentlich die gesellschaftlichen Ziele mit dieser Regelung erreicht? Wenn ja, okay. Und wenn nein, sollte auch kein Gesetzgeber ein Zacken aus der nicht vorhandenen Krone brechen, wenn er sagt, so, da sind wir ein Stück zu weit gegangen oder wir haben, sind sozusagen ein Stück, haben ein Stück vergessen. Und in dieser Phase sind wir eigentlich, das klang ja heute, das fand ich eben sehr beeindruckend bei Herrn Nassehi an. Wir haben ein paar Dinge, die haben sozusagen einen Transformationscharakter. Wir haben ein paar Dinge, die einen disruptiven Charakter haben. Wir lernen jetzt sozusagen als Menschheit, dass wir etwas über 200 Jahre aus den Fugen der Biometrik geraten sind. Das ist für uns Individuen eine lange Zeit. Für die Geschichte der Menschheit ist das fürchterlich kurz. Wir wissen aus der Technik, aus der Regulierung, das kam ja auch schon mal heute, das Beispiel mit dem Automobil. Es hat gut 20, 30 Jahre gedauert, bis man internationale Regeln hatte, wie man Automobilverkehr sozusagen weltweit reguliert. Und diese Zeit braucht man eben auch, um ein paar Phänomene zu beschreiben. Und natürlich wird es deswegen komplexer, auch dass es heute mehrfach zur Sprache kommen, wenn die Dinge sich eben auch im Prozess schon wieder verändern. Marke, wir werden trotzdem auch auf zwei Anbieterbeispiele gleich noch zu sprechen kommen und uns auch ein kurzes Video dazu anschauen. Aber wie Sie sagten, one size fits all, kann es nicht geben. Frage an Sie, Herr Dreyer, kann man nicht trotzdem allgemeingültige Prinzipien formulieren, die in dieser digitalen Welt gut wären? Ich sage mal Stichwort Duty of Care. Wir hatten uns vorher darüber unterhalten. Oder auch prinzipienorientierte Regulierung. Gäbe es nicht, sagen wir mal, universelle Gedanken, Ideen, wie man eine gute Regulierung machen könnte? Also ich glaube, die One-Size-Fits-All-Lösung gibt es nicht, sondern wir müssen uns auf die Regelungsbereiche, wir müssen gucken, in welchen Regelungsbereichen befinden wir uns, welche Regelungsziele wollen wir eigentlich erreichen. Und in einigen Fällen ist wahrscheinlich eine Command-and-Control-Regulierung, also ich gebe Konditionalsätze vor, Strafrecht etwa, und wenn die Tatbestände erfüllt sind, dann wird entsprechend sanktioniert in diesem Fall. Wir müssen aber auch in anderen Bereichen uns alternative Steuerungsansätze anschauen. Und Co-Regulierung haben wir schon gehört. Selbstregulierung ist auch so ein Fall. Es gibt eine ganze Reihe an neueren Ideen, die versuchen, das zu kombinieren, indem ich prinzipienbasierte Regelungen gesetzlich vorgebe, also wo der Gesetzgeber sagt, ich möchte folgendes Ziel erreichen, und wie die Regelungsakteure das dann erreichen, das ist erst mal egal. Und die werden dann in Verfahren vorgeschrieben, wo zum Beispiel so etwas wie eine Selbstregulierung oder eine Co-Regulierungsstelle dann gemeinsam mit den Regelungsadressaten versucht, das zu wenden, das Thema, und möglichst optimal umzusetzen. Also dort gibt es eine ganze Menge an, ich nenne es mal hybriden Ansätzen, die auf Kooperation basieren und nicht auf Konfrontation. Und das halte ich für einen wichtigen und richtigen Ansatz, weil wir uns im Bereich von Medienregulierung bewegen, in einem Feld, in dem es im Prinzip um eine gesellschaftliche Selbstbeobachtung und auch gesellschaftliche Selbstverständigung geht. Und je stärker der Staat dort direkt interveniert, desto stärker ist auch dieser Prozess der Selbstbeobachtung und Selbstverständigung gestört beziehungsweise manipuliert, im schlimmsten Fall bewusst manipuliert durch staatliche Akteure. Also da ist Vorsicht geboten, ganz, ganz prinzipiell im Bereich Medienregulierung. Deswegen sollten wir dort Command-and-Control-Ansätze wirklich nur dort nutzen, wo es auch zwingend erforderlich ist. Strafrecht hatte ich als Beispiel genannt. Selbstbeobachtung ist ein gutes Stichwort. Wir wollen mal zwei Beispiele jetzt zeigen von Anbietern, wie sie sich selbst beobachten im positiven Sinne. Und wir haben ein Beispiel von Discovery, fangen aber erst mit einem Beispiel von Facebook an. Facebook will ja den Prozess der Löschung transparenter machen. Mit einem neuen Gremium soll das künftig geschehen. Abschließend will man da umschrittene Beiträge darüber befinden. Und zwar unabhängig vom Netzwerk und der Meinung des Gründers, wie ich gelesen habe. Das Oversight Board wird das sein. Und dazu sehen wir jetzt einen kurzen Trailer, der ein bisschen erklärt, was da passieren soll. Also, Facebook will continue to make content decisions every day. We are creating the Oversight Board, a group of up to 40 experts who will review the most challenging content disputes on Facebook and Instagram. The intention of the Board is to make principled decisions on content that support people's ability to express themselves. The Board's design was based on input from more than 2,000 people who offer their thoughts in a variety of ways, from global workshops to online submissions. They included vocal critics of Facebook, along with experts from a spectrum of regions, viewpoints and cultures, with experience in journalism, technology, civil rights and many other disciplines in both the public and private sectors. They will be contracted and paid through an independent trust and will have their own separate staff. The Board will decide which cases to review, concentrating on the challenges with the widest impact and greatest public interest. It will then share and explain its decisions. Facebook has committed to accepting those binding decisions and to make its responses public. The Board can also recommend changes to content policies for Facebook to consider. Part of our responsibility as a company is to ensure that we balance our commitment to free expression with our values of privacy, authenticity, safety and dignity. The Oversight Board is a step forward in expanding on their vision for everyone. Das Oversight Board ist der Versuch von Facebook, diese wirklich wichtigen Entscheidungen, die ja eben für Menschen auf der ganzen Welt gelten. Also was wir an Regeln festlegen, das geht ja nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, auch für Nutzerinnen und Nutzer in Indien, in den USA, im Sudan. Und es hat eben eine enorme Wirkung. Und wir sind der Meinung, dass wir diese Entscheidungen eben nicht alleine treffen sollten. Deswegen haben wir einen sehr langen Prozess gestartet. Es haben Workshops stattgefunden, überall auf dem Erdballen. In Berlin gab es auch einen dazu, wo Expertinnen und Experten zusammengekommen sind und diskutiert haben, wie soll so ein Board aussehen? Es sind dann Ideen ausgetauscht worden. Es ist dann immer wieder im Prozess diskutiert worden, wie weit sind wir? Was ist aufgenommen worden? Und dann schließlich kam es dazu, dass wir eben mit der Besetzung angefangen haben. Facebook selbst hat quasi die Vorstandsmitglieder benannt. Die haben wir aber auch nicht einfach irgendwie uns selber ausgedacht, sondern es konnten Vorschläge eingereicht werden. Auch natürlich aus den Reihen der Personen, die an diesem Workshop schon teilgenommen haben. Und dann haben diese Vorstandsmitglieder quasi die weiteren Mitglieder eigenständig eben dazu gesucht. Jetzt aktuell haben wir 20 Mitglieder im Oversight Board. Da ist die ganze Welt quasi vertreten. Das heißt, aus allen Weltregionen sind ExpertInnen im Board vertreten. Auch unterschiedliche Fachrichtungen. Es gibt Verfassungsrechtler, Menschenrechtler, ehemalige PolitikerInnen, die dort vertreten sind. Und aus diesem Board heraus werden dann eben immer sich Fälle ausgesucht. Diese Fälle setzen sich zusammen einmal aus Fällen, die Facebook sendet, weil wir selber finden, das ist eine so relevante Entscheidung. Da würden wir gerne uns eine Empfehlung abholen. Und aus Fällen, die Nutzerinnen und Nutzer gemeldet haben, die gesagt haben, ich bin hier mit Facebooks Entscheidung nicht einverstanden. Bitte, liebes Oversight Board, guckt dir diesen Fall nochmal an. Und quasi die Mischung aus Fällen, die wir senden und aus Fällen, die Nutzer, aus Nutzerbeschwerden, daraus pickt sich dann das Oversight Board-Fälle heraus. Und es ist gerade jetzt kürzlich veröffentlicht worden, welche sechs ersten Fälle das sind. Genau, vielleicht noch eine Zahl von mir. Seit Oktober können Nutzer da ihre Einsprüche gegen Inhalteentscheidungen beim Board einreichen. Und habe ich gelesen auf Ihrer Seite, bis mehr als 20.000 solche Einsprüche sind inzwischen eingelegt worden. Und tatsächlich geht es jetzt mit den ersten los. Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen oder zwei, was da jetzt als erstes entschieden wird? Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel ein Zitat, dass jemand, also jemand hat eben nicht selber etwas geschrieben, sondern hat ein Zitat genutzt und dieses Zitat wird Goebbels zugerechnet. Jetzt ist das kein Zitat mit einem typischen Nazi-Inhalt, sondern es geht darum, dass es sinnvoll ist, die Massen emotional anzusprechen und dass Fakten hier keine Rolle spielen. Und das Zitat soll eben Goebbels so gesagt haben. Das hat Facebook untergenommen, weil wir eben eine Policy haben, die quasi verbietet, dass sogenannte Hasspersonen oder Hassorganisationen eine Präsenz auf unserer Plattform haben dürfen. Und damit geht dann auch einher, dass man sie nicht praisen darf, Lobpreisen darf oder man sagt, ich bin Goebbels-Fan oder Ähnliches. Und das ist eben ein Grenzfall. Was ist bei so einem Zitat, was so auch viele andere hätten sagen können? Und jetzt guckt sich das Oversight Board das eben an. Das ist auf eine Nutzerbeschwerde ging das an das Board. Und der Nutzer, der das eben gepostet hat, hat gesagt, ich habe das gar nicht so gemeint. Ich wollte hier nicht irgendwie sagen, ich bin Goebbels-Fan, sondern der Nutzer hat gesagt, das ist ein wichtiges Zitat, weil es eben zeigt, wie aktuell in manchen Regionen dieser Welt Politik gemacht wird, wo eben Emotionen mehr zählen als Fakten. Und das ist eben ein schwieriger Fall. Das ist einer von vielen. Und das Board wird sich diesen Fall jetzt angucken. Die haben jetzt dann 90 Tage, um eine Entscheidung zu treffen. Und wir sind natürlich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Kurze Frage noch dazu. Wie bekommen Sie das hin, dass das dann internationale Gültigkeit hat? Wie schafft man das? Naja, also wir haben einfach versucht, in der Besetzung dieses Boards wirklich auf eine regionale Repräsentanz zu achten, dass eben wirklich jetzt nicht nur irgendwie Nordamerikaner und Europäer da drin sitzen, sondern Leute aus dem afrikanischen Raum, aus dem asiatischen Raum und wirklich unterschiedlichste Fachrichtungen, die da vertreten sind. Und am Ende gibt dieses Board eine Entscheidung bekannt, wie Sie diesen Fall eben gern beurteilt haben. Und Sie können auch Empfehlungen aussprechen, wie Facebook seine eigenen Regeln, also seine eigenen Policies verändern soll. Und Beachtung international findet das eben daher, dass diese Entscheidungen natürlich eine Richtwirkung haben dafür, wie Facebook mit solchen Fällen umgeht. Und die Grundlage, warum das für so viele Menschen gilt, ist, dass wir ein Regelwerk haben, die Gemeinschaftsstandards, so wie wir das bei uns nennen, die eben international gelten. Es ist also ein Regelwerk, was über die Landesgrenzen hinweg überall gleich gilt. Und daher hat natürlich so eine Entscheidung auch eine ganz schöne Richtungswirkung und kann vielleicht auch in Zukunft beeinflussen, inwiefern Facebook in die eine oder in die andere Richtung entscheiden wird, bei Fällen, die wir eben dann wieder selber entscheiden. Weil klar ist, bei der Menge an Inhalten, die wir täglich prüfen, kann natürlich nur ein Bruchteil dieser Inhalte dann vom Oberstweit Board auch angeschaut werden. Stefan Dreyer, ist das eine richtungsweisende Form, wie man zukünftig Plattformen selbst regulatorisch gestalten kann? Also es ist eine mögliche Form. Ob es die optimale ist, wird auch die Zukunft zeigen, wie diese Boards dann in diese Governance-Struktur hineinpassen und wie auch ihr Selbstverständnis sich dabei ausbildet. Also als ein, ich nenne es jetzt mal plural, global plural zusammengesetztes Gremium, wird der Druck immens sein, dort auch eine global gültige Entscheidung zu treffen, was etwas konfligieren kann in Zukunft mit nationalen oder regionalen Rechtsrahmen, die bestimmte Meinungsäußerungen zum Beispiel erlauben oder gerade nicht erlauben. Also die Holocaust-Leugnung zum Beispiel ist ein Beispiel, was in vielen Ländern strafrechtlich verboten und verfolgt wird, in einigen Ländern aber nicht. Und das ist jetzt aus deutscher Sicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn das Board sich bei Facebook dazu entscheidet, so etwas nicht zuzulassen, dann stellt sich auf der einen Frage, ob dann nicht Grundrechte berührt sind in den Ländern, wo Grundrechte bestehen, die das umfassen, diese Art von Äußerung. Wenn das Board sich dagegen entscheidet und sagt, das ist global zulässig, dann kommen natürlich Regionen wie die EU und Länder wie Deutschland damit ins Gehege und sagen, bei uns ist das aber strafrechtlich verboten. Also da treffen dann zwei Ebenen aufeinander, die nicht immer kompatibel sind. Das ist ein Problem, was wir im Prinzip seit Anfang der 90er kennen, als das Internet ja zum Mainstream wurde sozusagen, dass dort nationale Rechtsrahmen an globale Kommunikationsnetzwerke stoßen. Frau Weber, ich habe gesehen, Sie haben gerade was in den Chat geschrieben, was ich aber nicht lesen konnte, weil es zu klein war. Wollten Sie darauf noch etwas erwidern? Ja, gerne. Und zwar hat Herr Dreyer da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar das Verhältnis zu eben den Hausregeln auf der einen Seite und eben dem Board, was ja ein Gremium ist, was wir uns selber geschaffen haben, und dem nationalen Recht auf der anderen Seite. Und ganz klar ist, dass weder unsere Hausregeln noch eben die Entscheidungen des Oversight Boards vorgehen können vor dem nationalen Recht. So ist es auch nicht gedacht, sondern immer dann, wenn wirklich das in einem ganz bestimmten Staat illegal ist, dann müssen wir uns daran ja auch halten. In Deutschland haben wir uns beispielsweise ja schon lange daran gehalten, dass Holocaust-Leugnung nicht erlaubt ist und dementsprechend auch auf Facebook nicht erlaubt ist, während das in den Gemeinschaftsstandards lange erlaubt war. Inzwischen verbieten wir das auch nach den Gemeinschaftsstandards, also weltweit. Das ist aber ein gutes Beispiel. Das heißt, das Oversight Board kann nicht sagen, Facebook, lade bitte diesen oder jeden Inhalt wieder hoch und das gilt dann in allen Staaten dieser Welt, sogar in denen, in denen das illegal ist. Wir unterscheiden da. Also wenn wir einen Inhalt haben, der nach unseren Gemeinschaftsstandards nicht verboten ist, dann ist das international der Fall und dann nehmen wir den auch überall vom Netz. Wenn ein Inhalt nach den Gemeinschaftsstandards aber erlaubt ist, aber nach einem nationalen Gesetz verboten, dann wird der geblockt, nur in diesem Staat, in dem dieses Verbot eben gilt. Und so wird das eben in solchen Fällen dann auch gemacht. Das heißt, wir müssen da differenzieren. Danke, Frau Weber. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich gehe damit jetzt ein bisschen weg vom NetzDG zum klassischen Jugendschutz. Dort gibt es natürlich auch Anbieteraktivitäten. Und damit will ich eben auch den Übergang schaffen zu zwei weiteren Regulierungsfeldern, dem Jugendschutzgesetz und dem JMSTV. Beides wurde ja schon erwähnt. Frau Struppler, Sie haben ein Tool entwickelt, das die Altersklassifizierung und Bewertung von Inhalten vereinfacht. Dieses Tool heißt Max. Und wir schauen jetzt auch gleich mal in ein kurzes Erklärvideo und sehen daraus einen Ausschnitt. Um die immer wiederkehrenden Routinearbeiten zu reduzieren, haben wir Max entwickelt. Max steht für Machine Readable Age Classification Expertise. Max wird der beste Freund von Hajo, denn Max macht Hajos Leben wieder leichter. Hajo merkt nun mit Max Hilfe bereits während des Screenings relevante Programmstellen an und bewertet sie in Echtzeit. Dabei nimmt Max Hajo alle Stereotypen, Dateneingaben, Formulierungen, Übertragungen, Übersetzungen, Textbearbeitungen, Antragstellungen, Formularausfüllungen und Notizen ab. Max speichert alle Eindrücke von Hajo, erstellt mithilfe von Textbausteinen unmittelbar ein genaues Screening-Protokoll und schlägt aufgrund der erfassten Kriterien zum Abschluss des Screenings eine Einstufung der Programme vor. Hajo wiederum kann dies jederzeit begründet anpassen. Max durchläuft dabei einen digitalen Fragebogen und berücksichtigt sämtliche jugendschutzrelevanten Spektren. Er fokussiert unabhängig von Tagesverfassung auf Fakten und ist im Urteil zuverlässig. Max ist effizient. Anstelle komplexer Szenenbeschreibungen speichert die Software relevante Bilder oder Szenen als Screenshot oder Clip. Satzbausteine stellen die entsprechende Jugendschutzrelevanz dar. Dadurch ist eine internationale Übertragbarkeit möglich. Die Wirkungsrisiken können per hinterlegter Matrix in den verschiedenen Ländern unterschiedlich bewertet werden und nationale Eigenarten wie heilige Kühe oder verfassungsfeindliche Symbole werden berücksichtigt. Frau Struppler, das klingt sehr praktisch. Wie sind Sie darauf gekommen, dieses Tool zu entwickeln? Gut, es ist ja, Sie haben es glaube ich selber vorher schon gesagt, es gibt immer mehr zu kontrollieren, als das, was wir tatsächlich kontrollieren können. Und mit der Fülle an Content, die man sich, die Fernsehsender mittlerweile evaluieren müssen und auch wollen, um sicherzustellen, dass die Jugendschutzstandards eingehalten werden, muss man natürlich irgendwie zumindest im Kleinen. Und wir sind da anders als Facebook sehr regional unterwegs gewesen im ersten Ansatz, weil wir haben auf dem Grundsatz, dass wir gerne in der korregulierten Selbstregulierung uns ja schon auch mit der FSF immer zusammentun, haben unsere Jugendschutzbeauftragten einfach festgestellt, es gibt immer mehr Content und wir müssen da ein Stück weit schneller werden. Wir müssen das Transparente aufsetzen können und wir müssen auch sicherstellen, dass es, dass die Bewertung im Einzelfall immer den gleichen von Vorgaben des Jugendstums Medienschutz entspricht. Deswegen ist eigentlich, was wir da gemacht haben, ist, wir haben eine Annotationssoftware genommen und die verbunden mit der, einer von uns entwickelten Matrixstruktur, wo wir eben die Bewertungen des Jugendmedienstaatsvertrags und auch was die FSF uns an Vorgaben oder was die FSF an Vorgaben entwickelt hat, das haben wir standardisiert und mit entsprechenden Bewertungen versehen. Damit sind die Jugendschützer und die fachlich kompetent geschulten Kollegen, weil wir sind nach wie vor der Meinung, es kommt ja auch, der Herr Eumann wird es bestätigen, von Seiten der KJM darauf an, dass es sich noch eine Person immer anschaut. Diese Punkte haben wir versucht zu verbinden, indem wir mit der Annotationssoftware sicherstellen, dass man sehr schnell anschauen kann, was in der jeweiligen Bildsequenz ist und gleichzeitig dann mit der entsprechenden Bewertung die Geschwindigkeit schafft, dass man transparent darstellt, was das jeweilige Problem ist und wie man dann eben einstufen kann, ob das jetzt ein für unter Zwölfjährige geeigneter Content ist, für 16-Jährige oder für 18-Jährige. Das ist eigentlich ein aus meiner Sicht sehr praxisnahes Tool, das uns zumindest bei der Bewertung des entsprechend erhöhten Contents geholfen hat, die Geschwindigkeit bei der Prüfung um 25 Prozent zu reduzieren. Das heißt, wir schaffen in kürzerer Zeit, schaffen unsere Jugendschützer mehr. Das ist für kommerzielle Unternehmen immer sehr wichtig, gerade in so Bereichen wie Corporate Governance, Compliance, die ja auch immer wieder rechtfertigen müssen, dass sie, gerade wenn es gut läuft und es keine Beschwerden gibt, ihre Rechtfertigung haben und insofern ist es aus unserer Sicht schon für uns im Haus eine sehr gelungene Lösung, dass wir den Kollegen im Jugendschutz, die das auch eigentlich, also eigenständig entwickelt haben, ein Tool an die Hand gegeben haben, mit dem sie das entsprechend positiv gestalten können. Der Vorteil für uns als internationales Unternehmen ist natürlich auch, man wird damit vollumfänglich transparent. Man kann die unterschiedlichen Themen, die in den einzelnen Märkten entstehen, unabhängig von dem deutschen Jugendschutz, man kann transparent darstellen, warum man eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, kann die hinter der Bewertung liegende Matrixstruktur übersetzen. Das heißt, wir können den englischen Kollegen erklären, auf welcher Basis wir eine bestimmte Bewertung vornehmen und das hilft uns ganz erheblich. Frau Struppler, müssen jetzt Ihre Jugendschützer im Haus um ihren Job fürchten, zumindest einige, oder geht es darum, einfach auch mehr Content sozusagen evaluieren zu können? Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben immer mehr Content, beispielsweise bei uns. Wir haben innerhalb von den letzten sechs Jahren zwei zusätzliche Free-to-Air-Kanäle gestartet, haben Eurosport dazu erworben, kürzlich noch Tele 5. Also wir haben immer mehr Content und der muss natürlich entsprechend evaluiert werden. Kein Jugendschützer muss aus unserer Sicht da um seinen Job fürchten. Es ist vielmehr für meine Begriffe ungeheuer wichtig, dass man die Themen, die auch für den einen oder anderen Kollegen möglicherweise ein bisschen lästig sind, nämlich zum Beispiel die Frage, wie intensiv muss ich denn eigentlich so ein Gutachten aufsetzen? Das kann ich ja mit einer Software, wenn ich da praktisch die Annotation in der Bildsprache schon habe, kann ich mir einfach viel Zeit sparen. Ich kann mit, das Tool hat mittlerweile eine Sprachsteuerung, kann ich mir bei der Archivierung und bei der Gestaltung des Reports Zeit sparen. Aber dann habe ich natürlich sehr viel mehr Zeit für andere Themen, die dann auch für die Kollegen interessanter sind. Ich sehe es keinesfalls irgendwie als Einsparung am Headcount der Jugendschützer, sondern ich sehe es einfach als Hilfestellung und als Sicherstellung, dass man einen einheitlichen Maßstab schafft und gleichzeitig sicherstellt, dass die Leute sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können, nämlich auf die Evaluierung und die Einschätzung und die Hilfestellung sorgt nicht in erster Linie dazu, dass die Arbeit dann reduziert ist, sondern sie verlagert sich nur. Das ist ja eigentlich das, was der Herr Nasreh heute auch schon gesagt hat. Der Vorteil an der Digitalisierung ist ja, Arbeitsprozesse zu erleichtern. Und wenn ich genau das mit jetzt tatsächlich einem sehr regionalen Tool schaffe und ich sorge dafür, dass ich dann auch die Metadaten verwenden kann und bei uns in unserem System mögliche Maschinenlesbarkeit habe, dann hilft es ja ungeheuerlich. Also als ich bei Discovery angefangen habe, haben die Kollegen noch unterschiedliche Gutachten geschrieben. Da konnte man immer wissen, der eine hat relativ lang geschrieben, der andere kürzer und gerade für uns als Unternehmen, das ja dann auch zwischendurch von der Aufsicht angefragt wird, ob wir bestimmte Themen geprüft haben oder nicht. Es ist natürlich auch ungeheuer sinnvoll, wenn wir sagen würden, okay, das ist so gesehen zumindest mal hausintern immer der gleiche Standard. Wünschen würden wir uns natürlich, dass dieses System entsprechend auch Weiterverbreitung findet und man mit diesem oder auch einem anderen System einfach sicherstellt, dass die Art und Weise der Evaluierung ein bisschen mehr vereinheitlicht wird. Marc-Jan Eumann, das ist sicherlich eines der Modelle, die Sie... Ist er noch da? Gott, jetzt wollte ich ihn gerade fragen zum... Ja, aber ich bin da und es ist alles gut. Hervorragend, sehr gut. Das ist sicher eines der Anbietermodelle, die Sie vorhin auch gemeint haben, als Sie gesagt haben, dass sich die Anbieter auch sehr engagieren mit eigenen Lösungen. Veränderungen sind dennoch geplant beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Die Länder planen, sagen wir mal, eine Art Jugendschutzschalte auf Betriebssystem einzuführen. Was genau ist da in der Mache mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag? Liebe Vera Lenz, jetzt muss ich etwas tun, was ich in meinem früheren Leben viel häufiger getan habe, als in meinem aktuellen. Ich will Frau Struppler unbedingt einladen. Wir haben ja Max schon einmal in der KJM zu sehen bekommen. Das war im letzten Jahr. Und ich freue mich sehr, Frau Struppler, wenn Sie noch mal vorbeikommen, weil ich ganz sicher bin, dass das auch eine Positivbewertung durch die KJM bekommen kann. Aber was klar geworden ist an dem Beispiel, dass sich tatsächlich die Anbieter auf den Weg machen, wie gehe ich mit diesen wahrendigen Quantitäten um? Das geht in der Tat heute nur noch. Und wenn wir dann über Telemedienangebote und nutzergenerierten Content reden, brauchen wir auch maschinelles Lernen als Ergänzung zur Erkennung. Aber richtig ist, im Zweifelsfall muss immer ein Mensch drüber schauen, weil es natürlich immer auch dieser Spagat ist, den hatten wir vorhin schon mal, zwischen Meinungsfreiheit und möglicherweise dem Tangieren von auch Strafrecht und anderen Dingen. Und hier eben um die Frage, hat das eine entwicklungsbeeinträchtigte Dimension, ja oder nein? Aber da gehören solche schönen Beispiele dazu. Tatsächlich ist es so, ich will es einmal ganz kurz, ganz kurz ist, also ich könnte es mir ganz kurz machen, ich könnte ganz kurz sagen, lesen Sie einfach die Stellungnahmen von Herrn Dreyer und Herrn Schulz. Genau, wir haben noch zwei Minuten, also ein oder zwei Minuten wäre super. Genau, Jugendschutzgesetz, lesen Sie die Stellungnahme der FSM und der FSM zum Jugendschutzgesetz und dann haben Sie ein etwa das Problem, was wir da stehen. Ich will es tatsächlich so knapp, so kurz machen, wie es nur irgend geht. Und das heißt, wir glauben, dass der JUSCHK, so wie er jetzt vorgelegt wird, eben nicht zu einem kohärenten Kinder- und Jugendmedienschutz in Deutschland führt, sondern es werden Doppelstrukturen geschaffen, neue Schnittstellen, über die man sich dann verständigen muss. Und ganz sicher, das habe ich eingangs schon gesagt, doch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken mit Blick auf die Rolle dieser Bundeszentrale, die auch in eine Inhalteprüfung geht. Sehr schön beschrieben hat Herr Dreyer und Herr Schulz, haben Dreyer und Schulz auch, dass der Bund zwar mit allen geredet hat, aber zu einem Zeitpunkt, als es noch keine konkreten Texte gab. Das machten die Länder jetzt anders. Ich war selbst in der letzten Woche beim vierten Fachgespräch zum Entwurf des JMSTV dabei und kann Ihnen sagen, dass die Länder durch die Fachgespräche, an denen ja auch die Selbstkontrollen dabei waren, aber auch Technik, Wissenschaft, weitere Akteure, dass die Idee zu sagen, wir versuchen sozusagen eine Betriebssystem, vielleicht auch eine Browserlösung, um da möglichst barrierearm Schutz für Kinder und Jugendliche zu erreichen, dass diese Idee im Prinzip gut und richtig ist, aber der Teufel in vielen Detail steckt. Es sind viele Teufel in vielen Detail. Und ich habe die Länder so verstanden, dass sie sehr genau zugehört haben, was ihnen die jeweiligen Akteurinnen und Akteure gesagt haben. Und ich gehe davon aus, dass es sozusagen im Frühjahr einen neuen Entwurf geben wird, der die Argumente, die in den Fachgesprächen gekommen sind, sehr berücksichtigen wird. Und ich gehe auch davon aus, dass das bestehende System möglicherweise durch Anreize eher gestärkt wird. Und das, was Herr Dreyer auch beschrieben hat, dass sie, sagen, Ziele beschreiben und das dann sozusagen der korrigierten Selbstregulierung in der Verwirklichung dieser Ziele anheimstellen. Also in meiner Bewertung, das sage ich aber jetzt nicht als KM-Vorsitzender, ein anderer Prozess als den, den der Bund organisiert hat. Aus meiner Sicht sehr viel offener und dialogorientierter. Und deswegen freue ich mich auch, diesen Entwurf dann im Frühjahr beurteilen zu können. Dankeschön, Mark-Jan Eumann. Wir haben jetzt noch fünf Minuten, darum möchte ich kurz noch Herrn Dreyer bitten, eine kurze Bewertung zum Jusk. Das würde mich noch interessieren, der ist ja auch noch nicht beschlossen, aber er liegt schon vor, er muss noch sozusagen abgesegnet werden. Hat ja viel Kritik geerntet, haben wir auch hier in der Runde gehört. Gibt es auch Aspekte, wo Sie sagen, da hat der Staat ein Stück nach vorn gedacht, da ist wirklich sozusagen was mit reingenommen worden, was wir brauchen? Ja, also auch das Jusk ist ein schönes Beispiel dafür, wie Komplexregulierung sein kann, weil hier auch noch Fragen der Gesetzgebungskompetenz dazukommen und später dann der Vollzugskompetenz. Das Jusk ist deswegen aus meiner Sicht nicht nur negativ, sondern auch positiv zu sehen, weil es an zwei Stellen weiterdenkt, als wir das bisher im Jugendmedien- und Schutzstaatsvertrag getan haben. Das eine betrifft nämlich die Einziehung oder die Miteinbeziehung von neuen Risikokategorien, in diesem Fall vor allen Dingen Interaktionsrisiken. Das ist etwas, was der JMS-TV, der vor allen Dingen an mediale Darstellungen anknüpft, nur sehr begrenzt mitdenken kann. Das heißt also, da hat der Bund tatsächlich einen Impuls gesetzt, der sich jetzt auch in den JMS-TV-Eckpunkten der Länder wiederfindet. Also es scheint auch dort eine Offenheit für die Erweiterung der Schutzziele im Jugendschutz zu geben. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht eine tolle Sache, weil das um gute zwölf Jahre her ist, dass zum ersten Mal gesagt wurde, wir müssen diese Interaktionsrisiken eigentlich vom staatlichen Jugendschutzauftrag umfasst sehen. Und insofern ist das eine Bewegung nach vorne. Das Zweite ist, dass wenn wir über Interaktionsrisiken sprechen, es um oft Individualkommunikation geht, wo wir keinen Einblick, also weder als Staat noch als Außenstehende reinkriegen. Das heißt, wir können mit klassischen Ansätzen, die an mediale Darstellungen anknüpfen, auch dort nicht weiterkommen, sondern wir müssen gucken, ob es Möglichkeiten gibt, etwa auf Plattform-Ebene, auf Infrastruktur-Ebene Vorsorgemaßnahmen einzuziehen, die dann Kinder und Jugendliche nutzen können, wenn dort ein Risiko sich bewahrheitet. Und auch da hat das JUSCH einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht, indem es eben Vorsorgemaßnahmen für bestimmte Plattformen vorsieht. Also insofern, da sind gute Ideen bei. Es bleibt die grundsätzliche Frage, ob die Regulatory Toolbox hier optimal genutzt wurde, wenn es darum geht, die Regelungsstrukturen und die Akteursstrukturen dazu kombinieren. Dankeschön. Das war auch schon fast das Schlusswort. Ich mache eine kurze Schlussrunde. Unsere Veranstaltung hieß zwischen Government und Governance. Oder anders gefragt, brauchen wir mehr Staat oder mehr Selbstregulierung? Frage mit Bitte um kurze Antwort. Ich fange bei Ihnen an, Herr Dreyer. Wie kann man das auf den Punkt bringen? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Diskurs, und zwar sowohl auf der politischen und staatlichen, gesetzgeberischen Ebene, aber, das haben wir heute auch gehört, auf gesellschaftlicher Ebene. Und ich würde jetzt mit Blick auf den Jugendschutz auch noch sagen, auf der Ebene, wo wir mit Kindern und Jugendlichen sprechen. Denn die spielen in diesen ganzen Debatten, die wir heute angesprochen haben, bislang keinerlei Rolle, außer, dass sie vielleicht vermittelt über statistisch repräsentative Befragungen dann irgendwo auftauchen. Aber gefragt hat, hat die niemand. Und deswegen am Ende mein Plädoyer, mehr Diskurs, mehr Gespräch, gemeinsam an guten Lösungen arbeiten. Dankeschön. Frau Struppler, Sie sind die nächste zumindest auf meinem Bildschirm. Auf die Frage, mehr Selbstregulierung oder mehr staatlichen Eingriff, würde ich ganz klar sagen, ich bin eine Freundin der Selbstregulierung. Ich glaube auch, dass das System gerade im Jugendmedienschutz, wie es sich in Deutschland etabliert hat, vorbildlich ist. Ich werde von meinen Kollegen immer als Apologetin des deutschen Jugendmedienschutzes für meine englischen und französischen Kollegen bezeichnet, weil wir tatsächlich glauben, dass es ein zielführendes System ist. Und wir würden uns wünschen, dass wir auch den hausinternen Jugendschützer entsprechend mehr stärken und die entsprechenden Selbstkontrolleanrichtungen. Dankeschön. Vielen Dank. Frau Weber. Ja, ich glaube, tatsächlich würde von unserer Seite die Antwort lauten, wir brauchen beides. Es muss eine Mischung sein. Mir hat das sehr gut gefallen bei Herrn Dreyer vorhin, der gesagt hat, eine Regulierung könnte auch so aussehen, dass man vorschreibt, dass es ein System gibt, was effektiv ist, was auch jemand kontrollieren soll. Das heißt, wir setzen uns nicht dafür ein, dass es gar keine Regeln gibt und alles nur selbst reguliert ist. Aber dass man eben guckt, welches System passt jetzt zu welchem Anbieter und warum und das dann insgesamt als System absegnet. Und beispielsweise wäre auch eine gute Idee, so Audits einzuführen, damit einfach die Zahlen, die wir dann beispielsweise rausgeben, auch geglaubt werden, dass eine unabhängige Instanz sagt, das stimmt so, das ist so in Ordnung. Das wäre ein System der Mischung aus Selbstregulierung und eben staatlicher Überwachung, wie wir es gut finden würden. Dankeschön, Frau Weber. Und Markian Eumann, Sie haben das Schlusswort in dieser Runde. Tatsächlich nicht zusammenfassend, es gibt keinen Widerspruch zwischen demokratisch legitimierten gesetzlichen Handeln und einer daraus abgeleiteten Selbstregulierung, der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ist, das haben, glaube ich, alle gesagt, dafür ein gutes Beispiel. Und diesen Pfad kann man auch auf andere Felder ausdehnen. Und ich teile ausdrücklich den Appell, wir brauchen mehr Diskurs, aber wir brauchen auch mehr Streit, denn der Streit schärft die Argumente. Und wenn am Ende die Fähigkeit über den Kompromiss nicht verloren gegangen ist, dann, glaube ich, haben wir einen guten Schritt hin zu einer intelligenten Regulierung für Medien und Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer geschaffen. Denn die wollen wir ja, um mal mit den Worten von Armin Nasseh zu sprechen. Vielen Dank für dieses Fazit. Vielen Dank an Stefanie Struppler, Marie-Theresa Weber, Marc-Jan Eumann und Stefan Dreyer für ihren Input. Vielen Dank an die Runde und ich verabschiede mich. Das war die Tagung zwischen Governance und Governance Medienregulierung 2020. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die Tagung von Armin Nasseh zu sprechen.